Herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren, wir sind hier im Hengi-Hauptquartier und wir spielen heute Magic. Jetzt werden viele von euch sagen, what? Magic? Entweder spiele ich schon seit 20 Jahren oder habe ich noch nie gehört. Und es ist ein sehr kompliziertes Spiel, das mich regelmäßig in die Verzweiflung treibt. Und wir werden einfach mal ein paar Spiele spielen mit meinem aktuellen Deck, das ich gerade spiele, das mir so ein bisschen ins Herz gewachsen ist. Und dann können wir so vielleicht so ein bisschen was ausprobieren. Und wir spielen hier Magic the Gathering Arena. Das ist kostenlos, kann sich jeder runterladen. Ganz fantastisch, wer das Spiel lernen will, ist auf jeden Fall eine großartige Sache. Ich würde sagen, wir starten erstmal ganz klassisch. Es ist nämlich ein neues Set rausgekommen. So wie ich es verstanden habe, kommt jedes Jahr ein neues Hauptset raus oder wird sozusagen aktualisiert, was so an Hauptkarten dabei sind. Und ich würde sagen, wir fangen erstmal direkt an, indem wir uns ein Boosterpack aufreißen, weil das macht Spaß, das finde ich gut. Und ich muss so ein bisschen auch meinen Kartenpool aufbauen. Ich habe nicht so viele Karten, oft habe ich eine geniale Idee für ein Deck, wie zum Beispiel für ein Deck aus reinem Schlamm. Und dann fehlen mir einfach die Karten. Deswegen, ich würde sagen, wir haben noch einiges an Gold und wir schauen mal rein. Hier heißt Intro, kommt noch ein Intro? Ja, wie, denn jemand, jemand, scheiß Cold Opener die ganze Zeit. Ja, dann fahr das Intro ab jetzt. Okay, das war das Intro. Jetzt geht's los, Freunde. So, also, wir sind drin. Und natürlich, was macht beim Kartenspiel immer am meisten Spaß, sich neue Karten zu kaufen? Und das machen wir direkt. Und wir schauen mal rein, wir kaufen uns ein paar Booster. Okay, pass auf. Wir haben 5000 Gold, ich habe schon ein bisschen gespielt. Wir haben 5000 Gold, damit kann man sich neue Karten kaufen. Ganz wichtig ist erstmal, ich kann ja so ein bisschen mal die Grundzüge vielleicht erklären von Magic, die ich verstanden habe. Einfach, um sie mir selber nochmal rauszuhaben. Hier zum Beispiel, es gibt ganz viele verschiedene Sets von Karten, die sehen alle anders aus. Und das momentan aktuellste ist das M20, das Hauptset 2020. Denn Magic-Spieler leben immer in der Zukunft. Die sind immer ein Jahr voraus. Die sind jetzt schon im Jahr 2020 angekommen. Komm, wir kaufen uns mal, wir kaufen uns mal, komm, drei Booster. Bam, bam, bam. Gold bekommt man, indem man Spiele gewinnt und Quests erfüllt. Und, ähm, wenn man nicht will, muss man auch kein Geld ausgeben, tatsächlich, um erfolgreich Magic zu spielen. Weil man kriegt auch so neue Booster-Karten. Aber es ist alles so ein bisschen random. Es ist alles so ein bisschen random. Und wir schauen mal rein. Vielleicht haben wir schon mal direkt eine heiße Karte dabei. Ich kenne mich nicht so wahnsinnig gut aus. Aber wir haben schon mal einige grüne Karten dabei. Hier, mit Wolf. Wenn der Bund der Wolfslippe ins Spiel kommt, erzeuge ein 2-2-Wolfskreaturspielstein. Ich meine, ich habe letztens mal überlegt, ob ich ein Wolfs-Deck spielen soll. Einfach, um irgendwie so ein bisschen mein Wolfs-T-Shirt nochmal anziehen zu können. Bin mir nicht sicher, ob das so gut funktioniert. Weil es gibt einige Karten, die sich nur auf Wölfe beziehen. Und man dann sagt, alle deine Wölfe kriegen plus 2 oder irgendwie sowas in der Richtung. Mal gucken, ob das klappt. Ich glaube eher nicht. Hier haben wir noch eine grüne Karte. Es gibt 5 verschiedene Farben. Erzeuge ein grünes Mana. Falls du 4 oder mehr Kreaturen konfirmest, erzeuge Stilessen 2. In weißes Deck hatte ich mir auch mal überlegt, ob das vielleicht was wäre. Weiß hat viele so Kreaturenverzauberungen und sowas wie die hier zum Beispiel. Aura. Verzauber eine Kreatur. In dein Spiel kommt, tappe eine Kreatur deiner Wahl, die ein Gegner kontrolliert. Die verzauberte Kreatur erhält plus 1, plus 3. Okay. Also du kannst deine Kreatur stärker machen und eine Kreatur des Gegners tappen. So, das sind blaue Karten, die sind Schwachsinn. Sind nervig. Vampiren. Todesberührung. Ey, es gibt ganz viele so Fähigkeiten. Und da, wenn man sich nicht auskennt, ist es einfach krass. Die allerschlimmste fucking Fähigkeit der Welt ist Todesberührung. Die sorgt nämlich dafür, dass diese Kreatur automatisch jede andere Kreatur tötet, gegen die sie kämpft. Normalerweise tötet man Kreaturen nur, wenn man mehr Angriff hat. Die erste Zahl hier ist Angriff. Aber die tötet alles. Das heißt, wenn ich mal einen riesen Superwurm hab, irgendwie mit 10, 10 Kreatur, verliert der trotzdem gegen diese Vampirin hier, die nur 1 Mana kostet, weil sie fucking Todesberührung hat. Das sind die schlimmsten der Welt. Die ausgerüstete Kreatur erhält plus 10, plus 10 und verliert Flugfähigkeiten. Man muss aber 8 Mana zahlen, ums Ausrüsten. Okay. Das ist die stärkste Karte im Booster. Wir gucken mal, was es ist. Ah, okay. Der ist ziemlich abgefahren. Guck mal. Hier, der hat eine Fähigkeit. Da muss man 1 Mana von jeder Farbe bezahlen. Normalerweise hat ein Deck eigentlich immer so 1 oder 2 Farben. Und das ist super crazy. Und da merkt man einfach schon, dass Magic einfach ein Spiel ist, wo man auch einfach viel Zeit investieren kann. Weil ich hab nicht einen Hauch einer Ahnung, wie man es schaffen soll, in dem Spiel es hinzubekommen, einen Mana von jeder Farbe zu bekommen. Ähm, und dann heißt es hier, wenn man das schafft, schicke die obersten 3 Karten in der Bibliothek ins Exil. Exil ist so ein bisschen, äh, man legt die Karte ab und es ist, man kriegt sie eigentlich nicht normalerweise wieder. Wenn man sie normalerweise ausspielt, kommt sie in den Friedhof, da gibt's dann viele Mechaniken, die aus dem Friedhof wieder zurückzubekommen. Aber Exil ist, okay, die Karte ist mehr oder weniger erstmal weg. Aber, hier heißt es noch, du kannst sie in diesem Zug spielen, ohne ihre Mana-Kosten zu bezahlen. Das heißt, man kann direkt die obersten 3 Karten von seinem Deck einfach ausspielen, ohne Mana-Kosten zu zahlen. Aber es ist natürlich schwer, da hinzukommen. Und ich hab keine Ahnung, wie. Es ist super krass. Es sind einfach abgefahrene Karten bei Magic, muss man auch ganz ehrlich sagen. Es ist einfach, und ehrlich gesagt, so eine gute alte Mana-Karte hat auch einfach mal schon so einen halben Roman als Text. Wie zum Beispiel hier, Wachstumszyklus, eine Kreatur erhält plus 3, plus 3 bis zum Ende des Zuges. Sie erzielt sich für jede Karte namens Wachstumszyklus in deinem Friedhof. Plus 2, plus 2 bis zum Ende des Zuges. Also hier zum Beispiel, wenn die Karte im Friedhof ist, dann wird das nächste Mal, wenn man dieselbe Karte spielt, wird die besser. Ähm, also das ist dann Friedhof 4, 0, 4 für einen Mana. Okay, wir schauen mal, was die gute Karte ist. Bam! Die ist jetzt golden, das heißt, sie hat mehr als drei Farben. Auch das wieder so ein Ding. Legendärer, legendärer Kreatur 11 und der hat den Kreaturen-Typ Berater. Okay, ich weiß nicht, ob es andere Karten gibt, die irgendwie mit Berater-Kreaturen synergieren. Also alle deine Berater kriegen plus 1 oder sowas, keine Ahnung. Legendäre Zaubersprüche kosten, die du wirkst, kosten beim Wirken 1 weniger. Okay. Schicke 2 legendäre Karten aus deinem Friedhof ins Exil. Bis zum Ende des Zuges erhält jede legendäre Karte in deinem Friedhof. Du kannst diese Karte aus deinem Friedhof spielen. Also es scheint so ein Dude zu sein, wenn man einfach reich ist und viele legendäre Karten hat, dann ist man einfach gut dabei. Cooler Typ. Und es ist einfach ein Berater, ne? Also muss man schon mal sagen, vielleicht habe ich irgendwann in Zukunft ein reines Berater-Deck. Wer weiß. Okay, wir haben noch mal einige Karten hier. Absturz, zerstöre eine fliegende Karte deiner Wahl. Liebe ich, weil ich hasse fliegende Kreaturen. Fliegende Kreaturen sind fucking lame, weil die können nicht von nicht fliegenden Kreaturen geblockt werden. Und es ist furchtbar. Es ist furchtbar. So, wir schauen mal, was die gute Karte ist. Ah, die Linien. Falls die Ley-Linie der Lehrer auf deiner Starthand ist, kannst du die Partie mit ihrem Spiel beginnen. Ah, die ist schlecht. Die ist Quatsch. Die ist Quatsch. Okay, ich würde sagen, wir starten mal rein. Und zwar habe ich ein Deck, das nennt sich... Das, äh... Moment, das ist falsch. So, das ist mein geniales, unschlagbares Deck. Und damit fangen wir jetzt mal an, wenn wir so ein bisschen spielen. Neue Decks zu bauen, das ist immer sehr schwierig. Aber mit diesem Deck bin ich schon recht erfolgreich. Und ich kann da mal so ein paar Karten erklären, für die, die jetzt gar keine Ahnung haben. So, Moment, das bin nicht ich. Ich war doch immer die grüne Frau. Warum bin ich jetzt der rote Dude? So, jetzt kann man, wenn man mit den Karten unzufrieden ist, kann man neue Karten ziehen. Und in der Regel will man, will ich eigentlich drei Mana-Karten haben, damit ich... Weil man kann in jedem Zug eine Mana-Karte ausspielen. Und deswegen ziehe ich neue Karten. Und es wurde jetzt geändert. Früher, ähm, hat man nur sechs Karten gezogen. Jetzt zieht man sechs, wirft aber dann eine ab. Das heißt, man kann sich entscheiden, welche man zurücklegt. Hier geht's mal eine Mana-Karte ab, sodass ich drei hab. Pass auf. Also, ich hab ein komplett nur grünes Deck. Das heißt, alle meine Mana-Karten sind Wald, die grünes Mana erzeugen, wie ihr hier oben seht. Ein grünes Mana kostet das. Und ein Mana, wo man sich die Farbe aussuchen kann. Wir spielen gegen schwarz. Und wir haben genau den fucking Fall, den ich wusste. Wir haben Todesberührung am Start. Wo man sich auch fragt. Die andere Kreatur hat auch nur einen Mana gekostet. Hat aber Todesberührung und noch eine andere Fähigkeit. Jetzt nicht. Okay, wir müssen schauen. So, wir haben hier diesen Typen. Der ist sehr gut gegen Flieger. Der kann, wenn er ausgespielt wird, direkt einen Flieger angreifen. Ähm, aber ich würde sagen, wir beenden den Zug jetzt so erstmal. Weil die Karte ist natürlich super stark gegen andere Kreaturen. Aber nicht so stark gegen mich. Weil sie macht nur einen Schaden. Und ich habe 20 Lebenspunkte. Und das kriege ich hin. So. Generell ist meine Starthand nicht so wahnsinnig gut. Weil ich habe nur sehr teure Karten auf der Hand. Das sind Planeswalker. Das ist so eine Art Heldenkreatur. Das ist nicht wirklich eine Kreatur. Es ist aber auch nicht wirklich ein Zauberspruch. Die sind dann hier an der Seite. Seht ihr gleich. Aber die ist richtig gut. Die kann fliegende Kreaturen abschießen. Aber momentan haben wir nicht so die perfekte Starthand am Start. Okay, er hat rot und... Also er hat schon mal ein Deck mit zwei Farben. Das heißt, er ist sehr gut. So. Jetzt geht schon langsam los. Das ist unsere erste Karte. Ähm, das ist eine Karte, die an sich noch nicht so stark ist, wenn sie ausgespielt wird. Aber immer wenn ich eine andere Karte habe, die erkundet, dann wird der stärker und ich kriege Lebenspunkte zurück. Und ich habe eigentlich viele Karten mit Erkunden. Und ich würde sagen, weil der nervig ist mit Todesberührung, mache ich mal tödlicher Biss. Da kann ich so viel Angriff, wie die Karte hat, kann ich ihm einfach Schaden zufügen. Also ohne, dass ich kämpfen muss, füge ich einfach Schaden zu. Und dann mache ich ihn kaputt. Ist jetzt vielleicht nicht der bestmögliche Move, weil das nur ein Mana kostet. Okay. So, was jetzt passiert ist. Er hat jetzt als Reaktion auf meinen Zauber auch einen Zauber gespielt. Hat mit dem Zauber meine Kreatur zerstört. Und dann wird das Ganze sozusagen von rückwärts wieder aufgearbeitet. Und er sagt, okay, als erstes kommt sein Zauber, der als letztes gespielt wurde. Zerstört meine Kreatur. Dann kommt mein Zauber. Meine Kreatur fügt seiner Kreatur Schaden zu. Da aber zu dem Zeitpunkt die Kreatur schon tot ist, passiert gar nichts. Das heißt, das war kein schlechter Zug von ihm. Er hat meine Kreatur zerstört. Und er hat meinen Zauber ins Leere laufen lassen. Mit dieser Karte, die anscheinend zwei Funktionen hat. Also er hat abgefahrene Karten. Ich weiß nicht, ob wir uns hier nicht ein bisschen überheben. Ob das nicht ein ziemlich Tribal Methods ist. Ist ein krasser Typ. Und ich habe leider momentan noch nicht so die wahnsinnig guten Karten. Okay. Ich würde sagen, wir schauen uns mal das nächste Spiel an. Ich glaube, es ist noch nicht so gut dabei. Ich glaube, es ist noch nicht verloren. Aber ich will euch das auf jeden Fall mal zeigen, wie ich hier dominiere. Weil mein Deck ist sehr, sehr gut. Mein Deck ist sehr, sehr gut. Das ist so eine kleine Grundregel von Magic. Je besser das Deck, desto schlechter ist das Kartenglück. Oft so. Ich glaube, ich kenne jeder Magic-Spieler. Moment, jetzt bin ich die rote Frau. Ah, guck mal. Das sind zum Beispiel meine Karten, die erkunden. Und erkunden bedeutet, man darf sich die oberste Karte von seinem Deck anschauen. Wenn es ein Land ist, also hier solche Mana-Karten, dann darf man sie ziehen. Und wenn nicht, darf man entscheiden, ob man sie auf seinen Friedhof legt. Oder ob man sie auf seinem Deck belässt. Und die Kreatur kriegt plus eins, plus eins. Und die erkundet sogar zweimal. Und hier ist unsere beste Karte im Deck. Vielleicht Schlamm. Der erzeugt mehr Schlamm und macht Schlamm besser. Also je mehr Schlamm man hat, desto mehr Schlamm kriegt man. So. Das ist eine weirde Karte. Die kann fliegen, sobald man einen Segen der Stadt hat. Und den kriegt man, wenn man viele Karten auf dem Deck hat. Aber das ist momentan noch nicht der Fall. Wir haben schon wieder so ein bisschen das Problem, dass wir nicht so viele billige Kreaturen haben. Oh, guck mal. Er hat schon drei Farben auf dem Deck. Er hat Rot, Weiß, Blau. Klassische französische Deck. Ähm, alles klar. So, jetzt haben wir schon mal einen unserer Elfen. Der ist gleichzeitig eine Kreatur und kann Mana erzeugen wie ein Wald. Das heißt, er selber ist nicht so stark. Aber damit kommen wir im Spiel schnell voran. Jetzt können wir zum Beispiel jetzt schon unsere Kundschafterin ausspielen. Und jetzt können wir zweimal erkunden. Das ist super. Weil wir Karten ziehen können. Hier zum Beispiel unser Ceratops. Geil. So. Keine Angriffe. Hier. Der ist nämlich super krass. Weil der hat Schutz vor Blau. Das heißt, er ist gegen blaue Kreaturen. Na, also da haben wir es doch. Guck mal, mein Deck funktioniert. Ich wollte es euch nur mal zeigen. Ich wollte es euch gerade nur mal zeigen. Das ist an sich eine weirde Karte, mein Dino. Es ist eine weirde Karte, weil der hat Schutz vor Blau. Das heißt, er kann nicht von blauen Zaubern betroffen werden. Er kann nicht gegen blaue Kreaturen kämpfen. Das ist ein bisschen strange, weil man denkt sich, ja gut, das ist in den meisten Spielen egal. Aber manchmal ist es auch gut. So, wir haben ein neues Booster bekommen. So, pass auf. Was haben wir hier? Feuerelementar. Erbosen. Erbosen. Was bedeutet denn... Oder Erbosen? Bin ich komplett bescheuert? Eine Kreaturen Erweiterheit. Plus drei, plus zwei bis zum Ende des Zuges. Erbosen. Also, das ist wie ein Wort, das habe ich in meinem Leben noch nie gehört. Okay, schwarz. Wilder Welpe. 01 erzeugt ein Wolf. Ey, ich glaube, unser Wolf-Deck wächst langsam. Irgendwann bauen wir ein Wolf-Deck. Und hier grüne Karten sind für mich besonders interessant, weil ich momentan ein grünes Deck spiele. Immer wenn eine Kreatur unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt. Ach so, die habe ich auch schon. Ah, hier, zerstöre alle bleibenden Nicht-Land-Karten. Also, alles außer Länder wird zerstört. Also, meine Kreaturen, seine Kreaturen, alle. Das ist ein Skill, den man als Magic-Spieler auf jeden Fall braucht. Diese Nicht-Klauseln immer. Oft heißen Karten so, zerstöre alle Nicht-Kreaturen, Nicht-Land-Karten. Und wenn man das so ein bisschen drin hat, dann kommt man voran. So, jetzt muss ich aber ganz kurz ändern, wie mein... Warte mal. Ich will ein anderes Bild haben. Halt den Mund! Warte mal, wie macht man das denn? Positionen anpassen. Gameplay? Warte mal, wie kann ich meinen Avatar auswählen? Links oben. Wo links oben? Profil. Wo ist denn das Profil? Konto ansehen? Links oben. Ach, hier. Ach so, okay, links oben. Okay. So, Profil, pass auf. Nein. Warum erklärt ihr mir das Spiel immer wieder? Ja, habe ich verstanden. Hau ab. Hau ab. Hau ab. Ey, vor allem, wirklich. Eine der nervigsten Figuren im gesamten Videospiel-Universum ist die Fee von Zelda. Und jetzt benutzen die, um ihr Erklärerelement zu machen, das exakt selbe Modell. Auch wieder so ein blauer Punkt. Diesen Punkt hassen die Spieler ohnehin schon. Kann man da nicht einfach irgendwie so ein Croissant machen oder so. Die Leute lieben Croissants. Warum kann ich ein Croissants das Spiel erklären? So, Avatar ändern. Wir nehmen, die hatten wir immer. Das ist Vivian Reed. Die haben wir nämlich auch als Karte im Deck. Und das ergibt natürlich viel Sinn. Ähm, weil Magic ist natürlich vor allem für Rollenspieler interessant. So, also ihr merkt schon. Es ist ein kompliziertes Spiel, aber man kommt schon rein. Und man muss, glaube ich, auch nicht alle Karten verstehen. Also ich habe schon ein paar Siege eingefahren, ohne auch nur einen Ansatz zu verstehen, was der Gegner gerade macht. So, jetzt haben wir zwar nur zwei Wälder, aber wir haben zwei von unseren Waldelfen, könnte man sagen. Und wir haben schon Schlamm auf der Hand. Vielleicht können wir den schon mal schnell ausspielen. Wir haben hier schon mal vier Mana. Dann müssen wir nur noch ein Land ziehen. Ich glaube, das ist ganz okay. Captain Flapbeard. Auch wieder so ein Doppel. Ah, wir ziehen einen. Wunderbar. Dann haben wir schon mal einen guten Start. Können wir schon mal einiges ausspielen. Jetzt haben wir im nächsten Zug. Können wir dann sogar schon wieder unsere Jade-Lichtjägerin ausspielen. So, das ist ein Tor. Aus irgendeinem Grund spielen Leute auch Tore als Länder. Ganz verstanden habe ich es nicht. Das ist auch ein Satz, den ihr noch häufiger sehen würdet. Okay, wir können wieder erkunden. Das heißt, wir ziehen ein Land oder eine... So, wir können... Oh, PDE! Der sorgt dafür, der bleibt im Spiel, dass jede Kreatur, die ich ausspiele, kann erkunden. Das ist super gut. So, und da ich jetzt zweimal kein Land gezogen habe, kriege die plus zwei. Das heißt, es ist jetzt schon eine 4-3-Kreatur. Wir haben drei Mana. Im nächsten Zug spielen wir den. Dann haben wir vier. Immer wenn eine andere Kreatur und seine Kontrolle ins Spiel kommt, verliert jeder Gegner einen Lebenspunkt. Gegner bedeutet hier meinen... Ja, Spieler. Ich weiß nicht, wie der heißt. Ich will immer Hild sagen oder sowas, aber es gibt dafür keinen Namen. So, jetzt spielen wir PDE. Und jetzt können wir mal angreifen. So, wenn der mich blockt, gewinne ich und sterbe nicht. Weil ich mach... Bei Magic machen die Kreaturen immer gleichzeitig Schaden. Also, wenn er jetzt 3-2 wäre, würden beide sterben. Weil er macht bei mir 3, ich mach bei ihm 4. Beide sterben. Okay, Sekunde, Sekunde, Sekunde. Also, wenn der stirbt, ein Schadenspunkt. So, der hat einen Mentor. Das heißt, wenn er zusammen mit anderen Kreaturen angreift, wird er stärker. Jetzt ist die Frage, was ich spiele. Ich hab hier nochmal einen Biss. Damit kann ich so viel Schaden, wie ich hab, hier auf einen anwenden. Der kann natürlich gefährlich werden. Aber ich weiß nicht. Vielleicht... Ich spiel mal in einem Wald. Ich glaube, es ist besser, als direkt meinen Schlamm. Weil das Tolle ist, der Schlamm erzeugt gleich noch eine andere Kreatur. Und dann wird mein Pfad der Entdeckung zweimal getriggert. Weil der Schlamm selber erkundet. Und der Schlamm, den er erzeugt, wird erkundet auch nochmal. Das heißt, super gut. Perfekte Kombination. Zack. Das heißt, ich erkunde. Ich glaube nicht, dass er Flieger hat. Deswegen ziehe ich den mal nicht. Den brauchen wir jetzt auch nicht. Wir haben, glaube ich, schon genug Mana. Wir brauchen jetzt starke Karten. So. Das heißt, beide haben erkundet. Beide kriegen plus eins. So. Die Frage, ob ich jetzt angreife. Er kann mit zwei Kreaturen zusammen blocken. Also wenn er zum Beispiel mit der und mit der blockt. Dann würde ich nur eine von beiden töten. Und er tötet mich. Ähm. Ist aber vielleicht gar nicht so schlecht. Weil seine Kreaturen leben davon. Ich glaube, ich greife an. Weil seine Kreaturen leben davon, dass sie sich gegenseitig unterstützen. Und deswegen, glaube ich, ist es gut, wenn ich schon von Anfang an Druck mache. Weil am Ende hat er dann zehn Kreaturen, die sich alle gegenseitig hochwaffen. Bam, 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 bam. Und dann, ähm, wird das alles krass. Und mein Schlamm sorgt dafür, dass am Ende von jedem Zug kriegen alle Schlamm-Kreaturen plus eins. Bam. Das heißt, es sind jetzt schon vier, vier und der ist auch vier, vier. Also läuft gut. Würde ich sagen. So, was haben wir hier? Oh, jetzt hat er doch einen Flieger. Verdammt. Okay. Warte mal, bin ich jetzt dran oder ist er gerade dran? Habe ich gerade eine Karte gezogen? Ja, ich glaube schon. Kann ein Blenderspieler dazu. So. Jetzt. Ähm, wir haben vier Mana. Die Frage ist, wollen wir einen weiteren Schlamm erzeugen für vier Mana oder wollen wir hier mal so ein bisschen aufräumen? Er hält Wachsamkeit. Er hält Todesberührung. Nee, der muss weg. Der muss auf jeden Fall weg. Wir machen bis auf den. Zack. Dann füllt er dem vier Schaden zu, ohne zu kämpfen. Kann also selber nicht sterben. Okay, das habe ich jetzt nicht so ganz beachtet. Er hatte Seelenwanderung. Und das bedeutet, dass wenn er stirbt, kriegt man zwei 1-1-Geister. Die fliegen. Nervig, aber geht. Und die Frage ist, ob wir jetzt noch eine weitere Kreatur verpuppen lassen wollen. Ja, die nehmen wir mal. So, machen wir sich verbünden. Was muss hier noch sterben? Immer wenn er ins Spiel kommt, verliere dir der Gegner einen Lebenspunkt. Ah ja. Nee, ist okay, ist okay. Ich glaube, ich spiele es noch nicht. So, jetzt sind schon fünf Fünfer. Die werden in jeder Runde stärker. Und ich glaube, im nächsten Zug habe ich dann fünf Mana beziehungsweise sieben mit den beiden. Dann kann... So. Das ist ein Spontanzauber. Das heißt, den könnte ich auch in seinem gegnerischen Zug spielen. Und ich habe sogar auch noch das Mana, weil ich habe meine Elfen ja noch hier. Aber mache ich eher mal nicht, weil die sind irgendwie alle nicht so stark für sich. Obwohl der jetzt schon stärker wird. Aber mein Schlamm ist besser. Mein Schlamm wird immer stärker. So. Weitere Mechanik. Wuchern. Wuchern bedeutet, dass jede Kreatur, die so eine Plusmarke hat, kriegt eine oben drauf. auf. Oh, jetzt hat er aber schon sein zwei... Weil Flieger können nicht geblockt werden von Kreaturen, die nicht fliegen können. Oh Gott, vielleicht habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht. Ah, das wäre besser gewesen, wenn ich ihn jetzt gleich... Ah, der greift an. Ich glaube, ich mache den kaputt. So, bestimme Blocker. ähm, ja, das blockt unser Schlamm. Den kann ich nicht blocken, weil er fliegt. Nein! Oh, ich bin dumm. Oh, irgendwie habe ich es gerade nicht verstanden. Oh, scheiße, ich glaube, ich verliere das noch. Oh nein, ich glaube, ich war übermütig. Oh, shit. So, jetzt können wir wuchern. Das heißt, alle Kreaturen, die schon einen Marker haben, kriegen noch einen dazu. Oh, scheiße, ich glaube, ich habe das übersehen. Oh, fuck, ich glaube, ich habe das Spiel aus der Hand gegeben. Ich hätte ihn erst mal vorhin... Scheiße. Das sind so viele Karten mit so viel Text, da kann man einfach so ein bisschen den Überblick verlieren. Aber der da ist hart. Der hat, glaube ich, schon so viel Schaden gemacht in diesem Spiel, weil jedes Mal, wenn er eine Kreatur ausspielt, kriege ich einen Lebenspunkt abgezogen. Ich glaube, der alleine hat mir schon so viel Schaden zugefügt. Den hätte ich vielleicht früher rausnehmen können. Aber ich habe immer so ein bisschen... Ich denke, mit der kostet nur zwei Mana, so stark kann er nicht sein. Aber gut, wenn man ihn das gesamte Spiel ignoriert. Gut. Läuft. Puh. Das war knapp. Vielleicht. Aber ich habe auf jeden Fall einen Fehler gemacht. Ich hätte auf jeden Fall den Spontanzauber zaubern sollen, bevor er mit Mentor den anderen Stärke gemacht hat. Naja, okay. Gut. Schau mal, ich würde euch hier noch einen Planeswalker zeigen. Weil die sind auf jeden Fall interessante Karten, haben wir jetzt noch gar nicht gesehen. So, wir haben nur zwei Mana, also ziehen wir neu. Jetzt haben wir vier Mana, okay. Okay, und jetzt haben wir unseren Dino. Alter, der ist cool. Der ist so stark, dass ich den nur ein einziges Mal habe, weil der ist, der ist eine von dieser Oh nein, jetzt habe ich auf den falschen Knopf. Gott, bin ich bescheuert. Oh, ich habe auf den falschen, ich dachte, ich wollte bestätigen. Oh, scheiße. Oh nein, fünf, jetzt habe ich nur fünf Karten in der Hand. Oh, ich bin so dumm. Oh, das passiert mir so oft, dass ich, was geht eigentlich hier ab? Das passiert mir so oft, dass ich auf den falschen Knopf drücke. Aber gut, das ist auch ein Land. Ich habe schon mal zwei Mana und alles, was ich ausspielen kann, kostet zwei Mana. Von daher, ich bin erst mal ganz gut dabei. Vielleicht habe ich Glück und er hätte überhaupt ge... Ah, fuck, nicht dumm, ey, die Hand war gut. Oh, das ist wichtig. Ey, das Wichtigste, wenn man Magic spielt, ist lesen können. Man muss lesen können. Man nicht auf den falschen Knopf drückt. Das ist wieder unsere Karte, die wird besser, je oft andere Kreaturen erkunden. Aber das ist ein rotes Deck. Und rote Decks können sehr viel spontan Schaden machen. Und die Faustregel lautet, sie können Schaden machen, Mana kosten plus eins. Mit einem Mana können sie zwei Schaden machen, mit zwei Mana können sie drei Schaden machen und so weiter. Das heißt, wenn er jetzt ein zweites Mana ausspielt, kann er direkt drei Schaden machen und den zerstören. Wenn er solche Karten hat. Aber rote hat generell viele solche spontanen Schaden Karten. Jetzt kommt wahrscheinlich gleich Schock oder Blitz oder wie auch immer. Ah ja, okay. Ne, guck mal, hier ein Mana für zwei Schaden hat er aber direkt auf mich gemeint. So. Jetzt ist die Frage, wollen wir den direkt hoch buffen oder den ausspielen, um im nächsten Zug dann mehr buffen zu können. Ich glaube, ich mache es so. Guck mal an, er kann nicht blocken. So, diese Karte müsste ich auch mal verstehen. Schicke die obersten zwei Karten in der Bibliothek ins Exil. Du kannst die Karten bis zum Ende deines nächsten Zuges spielen. Also du kannst sie nur im nächsten Zuges spielen, ansonsten gehen sie verloren. So, und diese beiden Karten sind in seinem Exil. Und die kann er jetzt in diesem Zug spielen und danach nie wieder. Und Spektakel bedeutet, du kannst diesen Zauberspruch für seine Spektakelkosten anstelle seiner Mana kosten wirken, falls ein Gegner in diesem Zug die Lebenspunkte verloren hat. Aha. So, jetzt hat er einen weggeboxt hier mit Blitzschlag. Genau, zwei Mana, drei Schaden, wie ich gesagt habe. So, jetzt haben wir unseren ersten Erkunder. Wir ziehen leider aus. Und er ist der Schlamm am Start. Aber ich glaube, den müssen wir erstmal auf den Friedhof legen, weil wir haben nicht das Mana. Passiert fünf Mana, wir müssen schnell agieren. Dafür wird der jetzt gebufft. Und wir können angreifen, machen zwei Schaden. Und wir haben Lebenspunkte zurückbekommen. Wir sind auf 21, was, glaube ich, gar nicht so schlecht ist gegen so ein Ich-mach-direkt-Schaden-in-dein-Gesicht-Deck. Ey, vielleicht kriegen wir es noch hin mit fünf gezogenen Karten am Anfang hier noch zu gewinnen. Diese Karte ist halt ganz gut, weil wenn man damit gut erkunden kann, dann heilt man sich hoch, der wird immer stärker. Je stärker er ist, desto unwahrscheinlicher ist, dass er irgendwie besiegt wird und dadurch bleibt er länger im Spiel und heilt noch mehr und so weiter und so weiter. Und mit Erkunden kann man auch immer schön Karten ziehen. Hier könnt ihr euch durchlesen, was Erkunden genau bringt. Fügt der einem Spieler zwei Schaden zu? Ist okay. Wir heilen uns eh gleich wieder ein bisschen. Jetzt müssen wir nur einen Mana ziehen. Ah, das ist der. Den kenne ich auch. Der kriegt plus Schaden, je mehr Spontanzauber, also je mehr Zauber im Friedhof liegen. Ah, perfekt. Halt gezogen. Jetzt spielen wir unseren. Die Frage ist, ist es das wert, hier einen wegzuballern? Das ist so ein bisschen wie der Biss, nur man kann die Stärke von zwei Kreaturen kombinieren. Also ich könnte jetzt fünf Schaden auf eine Kreatur machen. Aber ich glaube, das ist nicht wahr. Ich muss mir lieber Karten ziehen. Okay, wir haben zwei Karten gezogen und er hat plus drei bekommen. So. Ähm, ich greife mit, ich greife mit beiden an. Weil rote Decks sind oft sehr schnelle Decks, die wollen schnell ein Spiel gewinnen. Ich glaube, da ist es gut, wenn ich da ein bisschen Druck mache und sich dem seine Sachen gar nicht so gut aufbauen lasse. Gut, das war jetzt vielleicht nicht der ideale Block. Aber ist okay. Ich habe vier Schaden gemacht. So, der hatte schon sechs Widerstand. Das heißt, ich glaube, den kann er nicht so schnell kaputt machen. Was ist das hier? Du kannst dir zu jedem Zeitpunkt die oberste Karte deiner Bibliothek anschauen. Du kannst die oberste Karte deiner Bibliothek spielen. Du kannst keine Karten aus deiner Hand spielen. Moment, du kannst keine Karten aus deiner Hand spielen. Der kann jetzt nur noch Karten die oberste Karte aus seinem Deck spielen. So, jetzt machen wir Mut in der Not. Das ist ganz gut, weil durch den Wucherungseffekt braucht man viele Kreaturen, die so eine Marke haben und damit kriegt man eine Marke. Also jetzt kann ich zum Beispiel hier, gebe ich ihr eine Marke, plus eins und dann werden beide hochgewuchert. Jetzt habe ich zwei starke Kreaturen, greifen beiden an und da kann er zumindest schon mal keinen von mir zerstören. Und es sieht gut aus. Ich glaube, wir stabilisieren uns. Es war, glaube ich, gut, dass wir hier zwei Länder gezogen haben. Wir haben jetzt noch mit sich verbunden, können wir insgesamt neun Schaden machen. Das heißt, selbst wenn er jetzt irgendeine super dicke Kreatur ausspielt, machen wir die kaputt. Glaube ich nicht, weil rote Decks, so wie ich sein Deck jetzt... Fügt drei Schadenspunkte zu. Für drei Mana. Passtet beim Wirken zwei weniger, falls du einen Zauber kontrollierst. Zauberer kontrollierst. Aber die Karte checke ich nicht, ganz ehrlich gesagt. Du kannst keine Karten aus deiner Hand spielen. Man kann nur noch die oberste Karte aus deiner Bibliothek spielen. Ist das denn ein Vorteil, Lord? So, jetzt schauen wir mal uns unser Land an. Das ist ein Land. Damit kann man ein neutrales Mana erzeugen. Und wenn ich vier Mana zahle, kann ich wuchern. Also alle Kreaturen, die schon Marken haben, kriegen eine dazu. Das ist jetzt in diesem Fall nur eine einzige. Aber besser als nichts. Das ist eigentlich immer ganz cool, wenn man so Länder hat, mit denen man auch was machen kann. Weil dann kann man auch was machen, wenn man keine Karten hat. Karten sind ja recht wertvoll. Und wenn man manchmal coole Effekte hat, ohne eine Karte ausspielen zu müssen, ist das auch ganz gut. Das heißt, so, jetzt ist der Fall, er kann jetzt darauf reagieren. Deswegen muss ich jetzt warten. Und das heißt, wenn die Zeit läuft. Das heißt, er hat ja noch zwei Mana. Er hat wahrscheinlich einige Spontanzauber in der Hand. Das heißt, ist, er kann jetzt darauf reagieren und jetzt eine Karte zaubern. Wie, füge Schaden zu oder irgendwas in der Richtung. Das ist so ein Ding. Bei Magic Arena muss man ständig Sachen bestätigen. Weil man bei Magic eigentlich zu jeder Zeit die Gelegenheit hat, irgendwas zu machen. Und man muss immer abfragen den Gegner, willst du jetzt gerade was machen? Ja oder nein? Weil ich darf ja nicht wissen, ob er eine Spontanzauberkarte auf der Hand hat oder nicht. Das heißt, das Spiel muss ihm eigentlich immer die Gelegenheit geben, was zu zaubern. Weil würde das Spiel jetzt einfach überspringen, wüsste ich, oh, er hat keine Spontanzauberkarte auf der Hand. Weil er kann gar nichts spielen. Aber das darf das Spiel mir ja nicht sagen, weil das wäre eine Information, die ich gar nicht haben darf. Deswegen muss er immer alles hundertmal bestätigen. Und ja, ich möchte nichts spielen. Ja, ich möchte nichts tun. Und so weiter und so weiter. So, jetzt kommen Goblins hier. Erstschlag. Das ist eine der schlimmsten Fähigkeiten. Ultra verwirrend. Die bedeutet, dass die Kreaturen nicht mehr gleichzeitig Schaden machen, sondern er macht als erstes Schaden. Das heißt, hätte ich jetzt zum Beispiel eine Kreatur mit 5, 3 würde er gewinnen. Weil er macht erst 3 Schaden, dann ist die andere Kreatur kaputt. Und dann macht der andere. So. Jetzt haben wir hier 5, 6 Mana. Das heißt, wir können entweder Schaden machen auf ihn. oder wuchern. Ich würde sagen, wir machen Schaden. Hauen die weg. So, jetzt muss er auch wieder bestätigen, dass er nichts machen will, weil er hat noch 3 Mana übrig. Das ist immer so das, was Magic so ein bisschen langsam macht. Immer, weil immer alles, immer jeder alles bestätigen muss. Ja, ja, ich will nichts tun. Ja, ich will nichts tun. So, wir greifen an. So, das ist unsere Karte. Die kostet nur 2 Mana, ist mittlerweile aber zu einer 6, 8 Kreatur geworden. Das ist so das, das sind so oft diese fiesen 2 Mana Kreaturen, wo man jetzt nicht denkt, ja lame, aber irgendwann werden die super stark und man denkt sich, die kostet nur 2 Mana. Er kann immer noch, das verstehe ich nicht. Also, die Karte muss mir echt mal jemand erklären, weil er zieht ja weiterhin Karten, darf aber seine Handkarten nicht ausspielen. Aber er darf nur die Karten aus seinem Deck spielen. Das haben wir jetzt hier. Immer, wenn du einen roten Zauberspruch wirkst und falls... Ach so, okay. Er darf so viele Karten ziehen, wie er will. Verstehe. Wo kannst du jederzeit die oberste Karte deiner Bibliothek... Ah, das heißt, er kann nicht nur die oberste spielen, sondern jede. Die erste, die zweite, dritte. Das hat er jetzt auch gemacht. Er hat insgesamt 3 Karten ausgespielt. Okay, jetzt muss irgendwas passieren, Freunde. Wir brauchen irgendeine gute Karte jetzt. Aber er hat 1, 1, 4, 6 Schaden auf ihn. Der ist egal, weil der hat seinen Effekt eh schon ausgelöst. Immer, wenn du einen roten Zauberspruch wirkst und falls du weniger als 3 1, 1 Marken hast... Gut, egal. Schauen wir uns das Pferde an. So, jetzt haben wir Vivian Reed. Vivian Reed ist ein Planeswalker. Das heißt, das ist so ein bisschen wie so eine Art Heldenkreatur, sowas in der Richtung. Und da schauen wir uns jetzt mal an, was hier passiert. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so dumm. Also, die erscheint jetzt nicht hier bei den Kreaturen, sondern hier so nebenan. Und jetzt muss er auch bestätigen. Obwohl er kein Mana hat, muss er bestätigen, dass er jetzt nicht hier seinen ganzen Quatsch einsetzen will. Das möchte ich nicht einsetzen. Das möchte ich nicht einsetzen. Das muss er jetzt bestätigen, weil das könnte er ja jetzt tun. Und dann muss er jetzt sagen, nein, das will ich nicht tun. Das dauert dann immer so lange. Oder auch das hier. Er könnte das jetzt hier zerschnitten. Nee, der hat keinen Mana. So. Und hier, die hat jetzt 3 Fähigkeiten. Und die hat Loyalitätsmarken. Das sind so eine Art wie ihre Lebenspunkte, könnte man so ein bisschen sagen. Die kann man nämlich auch direkt angreifen. Und die kann welche dazubekommen oder welche abgezogen bekommen. Und jetzt habe ich hier Zerstöre ein Artefakt, eine Verzauberung, eine Kreatur mit Flugfähigkeiten oder Mal. Ich könnte also das hier zerstören. Will ich das? Würde mich aber auf 3 Lebenspunkte setzen. Dann können die mich angreifen. Oder ich mache die Plus-1-Fähigkeit und ziehe eine Karte. Ich glaube, das ist gerade wichtiger. Das heißt, ich kann mir 4 Karten anschauen und eine davon ziehen. Wunderbar. Ziehe die hier. Hab aber jetzt keinen Mana mehr. Und und würde sagen, keine Angriffe, weil ich muss jetzt meinen Planeswalker verteidigen im nächsten Zug. Weil wenn der mit allen angreift, ist sie tot. Wenn ich jetzt mit ihm angegriffen hätte, könnte ich ihn nicht mehr verteidigen. Und er hat 6 Schaden auf dem Brett. Vielleicht sollte ich die zerstören. Im nächsten Zug habe ich 2 Kreaturen, dann glaube ich, kann ich die zerstören. Ist vielleicht nichts wieder. Und das Tolle ist, bei dem Wuchern-Effekt, jeder, der eine Marke hat, kriegt eine Marke dazu. Und das zählt auch als Marken. Und viele Planeswalker haben dann noch so eine Ultimate-Fähigkeit. Und die ist super krass. Da kriegen alle meine Kreaturen plus 2 plus sein. Und alle meine Kreaturen werden unzerstörbar. Das heißt, okay, krass. Okay, jetzt haut er ganz schön was raus. Vielleicht hätte ich die zerstören sollen. Okay, gut. Ja, okay. Vielleicht hätte ich sie zerstören sollen. Weil er kann halt so viele Karten ziehen in seinem schlichten Zug, wie er möchte. Solange er genug Kreaturen hat. Solange er genug Mana hat. Gut. Ich ändere meine Meinung zu dieser Karte. Es ist eine sehr gute Karte. Ich habe dazugelernt. Jesus. What? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Nein, okay. Der hat jetzt hier schon eine Menge Zeug. Weil jedes Mal, wenn er einen Zauber wirkt, kriegen die eine Plus-Eins-Marke drauf. Entferne drei Plus-Eins-Marken und erzeuge drei Mana. Ach du Scheiße. Gut. Also das kann auch passieren. Wenn so ein Deck mal aufgeht, dann passiert viel. Oh Scheiße. So, die Frage ist, ob er jetzt schon gewonnen hat oder nicht. Viele davon hat er ja gerade erst ausgespielt. Wenn die hier so einen, diesen dunklen Schatten-Effekt haben, dann können sie nicht angreifen in dem Zug. Das heißt, angreifen kann nur eins, zwei. Vier, sechs. Neun. Zwölf kann angreifen. Vielleicht hat er genug Schaden. Er hat wahrscheinlich genug Schaden, um einen Planeswalker zu zerstören. Ah, jetzt zerstört er sie. Jetzt kann er auch noch Karten aus der Hand spielen. Er hat aber keinen Mana mehr, kann hier aber jetzt diesen Effekt machen, um neues Mana zu generieren. Krass. Ja, interessantes Deck. Er hat ganz viele Kreaturen, die für sich genommen nicht so stark sind, aber zusammen dann mit Zaubern dann ganz gut funktionieren. So. Die Frage ist, ob er jetzt im nächsten Zug gewinnen kann oder ob wir noch eine Chance haben. Ich meine, wir können im nächsten Zug zweimal erkunden. Das heißt, wir heilen uns für sechs wieder hoch. Ziehen vielleicht irgendwas Interessantes. Können hiermit vielleicht nochmal was Interessantes ziehen. Aber es wird eng, es wird eng, weil so viel Zeug... Ich habe keine Karte, wo es irgendwie heißt, zerstöre alle. Irgendwas. So. Also. Wir könnten jetzt, wenn wir zweimal wuchern könnten, könnten wir Ultimate einsetzen. Das kriegen wir nicht hin. Also wir ziehen erstmal eine Karte. Wir schauen mal, ob wir irgendwas haben, was uns jetzt rettet. Auch er muss jetzt wieder bestätigen. Nein, ich möchte nicht das einsetzen. Nein, ich möchte nicht tappen. Nein, ich möchte nicht dies tun. Auch wenn es vielleicht in diesem Moment des Spiels überhaupt keinen Sinn gibt, das zu tun, muss er es immer noch mal trotzdem bestätigen, dass er es nicht tun möchte. Aber vielleicht hat er auch irgendeinen Masterplan und macht jetzt irgendwas Krasses. Okay, Freunde. Hier ist unser Schlamm. Und unser Ceratops. Ich glaube, Schlamm ist jetzt genau das Richtige. So, Freunde, jetzt pass auf. Wie viel Mana haben wir? Wir haben sieben, acht Mana. Das heißt, wir können sowohl Schlamm spielen, als auch Jägerin. Die spiele ich jetzt mal zuerst. Er muss wieder bestätigen. Come on! So, es gibt auch die Möglichkeit, hier diesen Button zu drücken, dass man automatisch alles bestätigt. Aber das macht er momentan nicht. Aber ist okay, ist ein gutes Recht. So, wir haben geheilt. Wir sind auf 24. Jetzt kommt der Schlamm ans Starten. Das heißt, wir haben jetzt zumindest schon mal vier Kreaturen. Das heißt, wir könnten einen groß angelegten Angriff schon mal widerstehen. Und wenn wir den nächsten Zug überleben, könnten wir sagen, ich mache einmal Wuchern, gebe ihr Plus Eins, mache die Minus-Acht-Fähigkeit, töte sie damit. Aber damit sind alle meine Kreaturen unzerstörbar. Also, ich glaube, wenn Vivian und meine Kreaturen, wenn er zum Beispiel mit allen Kreaturen mich angreifen würde. Ey, ich glaube, wir können dieses Spiel noch gewinnen. Ich glaube, wir können dieses Spiel noch gewinnen. Vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht. Er hat wirklich ziemlich viel Zeug. Und die haben alle Plus 3. Also, er hat auch wahnsinnig viel Mana. Jede von diesen Kreaturen gibt noch mal 3 Mana. Das heißt, er hat 9, er hat 17 Mana. Okay, jetzt hat er auch einen Planeswalker. Ah, das wird eng, Freunde. Das wird eng. Das wird richtig eng. So, das ist jetzt sein Planeswalker. Immer wenn von der Loyalitätsmarken entfernt werden, also wenn sie Schaden kriegt oder wenn sie ihre Fähigkeit einsetzt, fügt sie einem Gegner oder Planeswalker deiner Wahl entsprechend viele Schadenspunkte zu. Schicke die oberste Karte deiner Bibliothek ins Exil. Du kannst sie in diesem Zug spielen. Also, das ist so ein wiederkehrendes Element von seinem Deck. Karten ins Exil nehmen und aus dem Exil spielen. Das ist ja so ähnlich, wie wenn man eine Karte ziehen kann. Nur ein bisschen mit der Lied. Ah, jetzt kommt wieder der Scrap, ey. Jetzt kann er wieder unendlich viele Karten ziehen. Okay, das wird ein ekliger Zug. Das wird ein richtig ekliger Zug, Freunde. Das wird ein ekelhafter Zug. Das wird ein ekelhafter Zug. Okay, ich glaube, er geht direkt in mein Gesicht. Angenommen, er schafft es nicht, uns jetzt zu zerstören, haben wir vielleicht noch eine Chance. Okay, ich glaube, er ignoriert meine Kreaturen vollständig und will einfach direkt Damage machen. Noch 18. So, das ist auch so ein Ding. Jesus. Er hat jetzt sogar zwei davon. Er hat zwei und eine zerstört. Ah, okay, wahrscheinlich, weil er die Karte spielen muss. Er muss ja immer die Karte spielen, die oben auf seinem Deck liegt. Er hat auch nur noch 16 Karten. Also bei Magic ist es ja so, wenn man keine Karten mehr ziehen kann, hat man automatisch verloren. Nicht wie bei Hearthstone, wo man dann noch Schaden kriegt, sondern man hat automatisch verloren. Das heißt, wenn wir uns einfach noch eine Weile in dem Spiel halten können, vielleicht gewinnen wir so. Aber ich glaube, diese 16 Karten werden noch richtig ekelhaft werden. Oh, da sind auch wahrscheinlich noch eine Menge Länder dabei, ne? Er hat neun Länder ausgespielt. Normalerweise hat man hier so 20 Länder. Also davon könnten vielleicht noch eine Menge Länder sein. Aber wir müssen nur diesen Zug überleben. Wir müssen irgendwie diesen Zug überlegen. Yes! Okay, pass auf. Jetzt, Achtung. Okay, wir haben überlebt. Keine Ahnung wie. Jetzt pass auf. Jetzt machen wir Folgendes. Wir spielen ein Land. So, jetzt machen wir Wuchern. Das heißt, alle Kreaturen kriegen plus eins und meine Planeswalkerin kriegt plus eins. Das ist jetzt wichtiger. So, er muss jetzt bestätigen, dass er das akzeptiert. Ja, man muss immer die Erlaubnis erholen. So, bestätigen. Jetzt hat Vivian Reed acht. Jetzt aktivieren wir ihre, äh, ihre Ultimate. Minus acht. Damit stirbt sie. Aber das ist okay. Weil. 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 Wir haben jetzt diesen Token bekommen. Kreaturen, die du kontrollierst, haben plus zwei, plus Teil, Wachsamkeit, Unzerstörbarkeit und Trampischaden. Wachsamkeit bedeutet, sie dürfen angreifen und können dann immer noch blocken im nächsten Zug. Das heißt, ich kann sozusagen ohne negative Effekte angreifen. Und sie sind unzerstörbar. Das heißt, egal was passiert, sie können im nächsten Zug noch blocken. Das heißt, ich greife jetzt mit allem an. Er wird wahrscheinlich viele Kreaturen opfern müssen, um nicht zu sterben. Und dann, glaube ich, sieht es im nächsten Zug noch besser aus. So, die sind alle unzerstörbar. Und das Geile an diesem Token, der geht nicht mehr weg. Der geht nie wieder weg. Und ich würde sagen, alle greifen an und zwar indirekt. So, und jetzt muss er was machen. Jetzt schauen wir mal, was passiert. Wir haben auf jeden Fall einiges, was viel Schaden macht. Hier, sechs, sechs. Ey, ich freue mich, ich glaube, wir drehen das noch. Wir drehen das Ding. Wir drehen das Ding. Die sind alle unzerstörbar. Und sie dürfen angreifen und im nächsten Zug auch noch blocken. Klar, er hat viele Kreaturen, die er jetzt opfern kann. Aber er braucht ja auch so. Ja gut, ich habe fünf. Er hat zwei, vier, sechs, acht. Ja, das wird noch eine Weile dauern. Ja, sie haben auch Trampelschaden. Das heißt, sie machen mehr Schaden. Sie gehen durch. Sieg! Ich glaube, das hat er nicht gecheckt, dass sie Trampelschaden haben. Trampelschaden bedeutet, dass sie sozusagen, auch wenn sie geblockt werden, noch Schaden am Gegner machen. Also dann wird sozusagen der Schaden der Kreatur nur abgezogen. Also dann, ja, glaube ich, checkt ihr schon. Wir haben gewonnen, Freunde. Wir haben gewonnen, Freunde. Das ist einfach ein feines Deck. Das funktioniert einfach. Komm, wir spielen noch eins. Aber jetzt habe ich euch auch mal die Planeswalker gezeigt. Funktioniert. Was sagt der Chat? GG. Der Op hat es echt einfach mehr verzockt als Cindy. Das sind immer so die aufmunternden Worte, die man hören will nach einem Sieg. Aber ja, ich glaube, er hat das mit dem Trampelschaden nicht ganz gecheckt. Weil man kann auch eine angreifende Kreatur mit zwei Kreaturen blocken und dann kommt natürlich weniger Schaden durch. So, das ist mal eine schöne Starthand. Sehr viele billige Kreaturen und die Kombination ist nämlich super. Der wird stärker, wenn andere Kreaturen erkunden und die erkundet zweimal. Also perfekt. Und den können wir gleich im ersten Zug ausspielen und dann müssen wir nur ein bisschen Karten ziehen und dann wird es schon. So, wir spielen gegen Nicole Bolas. Das ist auch eine Karte im Spiel. Und wir spielen gegen Rot-Rot-Glau. Das ist so ein Land, das zwei Farben hat. So. Sekunde, Sekunde, Sekunde. Ah, die kenne ich auch schon. Schaue dir zu Beginn deines Versorgungssegments. Ich glaube, das ist die allererste Phase im Zug, die oberste Karte deiner Bibliothek an. Du kannst sie auf deinen Friedhof legen. Falls sie dann sieben oder mehr Karten in deinem Friedhof befinden, kannst du die Suche nach Askanta transformieren. Also diese Karte wird zu dieser Karte. Und diese Karte hat den Effekt einmal, dass man Mana erzeugen kann wie ein normales Land und man kann sich, hast du davon eine Karte, die wieder eine Kreatur ist? Und man kann Karten ziehen im Grunde. So, jetzt ist die Frage, was spielen wir jetzt? Das hier. Und jetzt einmal den. Und wir benutzen das Mana von dem, um dem zu ziehen. Gut. So, rot-blaue Decks habe ich nicht so viel Erfahrung damit. Ich glaube, es ist so ein bisschen, weil rot ist ja irgendwie bam, bam, bam und blau ist so ein bisschen Nerv, Nerv, Nerv. Also, blau-rot ist so ein bisschen Bam, Nerv, Bam. Ich weiß es nicht, aber nicht genau. Aber das sind so Länder, oh, er hat sogar noch Weiß dabei. Wieder, wir haben wieder ein Franzosendeck. Wir haben wieder ein schönes Franzosendeck. Rot, Blau, Weiß. So, das sind diese Karten, diese Länder, die zwei verschiedenartige Mana erzeugen können, aber die haben oft irgendwie einen Nachteil. Wie zum Beispiel, man muss zwei Lebenspunkte zahlen, sonst kommt es getappt ins Spiel. Man kann also in dem Zuge, in dem man es ausspielt, noch keinen Mana verwenden. Ähm, so, jetzt spielen wir unsere Erkunderin. Ah, er muss wieder bestätigen. Ah, herrlich. Das sind die Karten, die wir sehen wollen. Das sind diese blauen Karten, diese Neutralisierer, einen Zauberspruch. Bla, bla, bla. Und Kreaturen zählen auch als Zauberspruch. Ähm, das war natürlich nicht schlecht, weil damit konnten wir jetzt weder Karten ziehen, noch konnten ihn hochbaffen. Aber gut, damit muss man rechnen, wenn man gegen blaues Deck spielt, dass man generell wenig tut, weil der Gegner alles verhindert. So, er spielt einen Planeswalker. plus eins, bis zu einem nächsten. Okay, er hat jetzt eine Karte auf meine Hand zurückgebracht. Gut. Das soll ihm erlaubt sein. Ähm, ja, dann aber angreifen. Er hat nur noch einen Mana. Ich glaube nicht, dass er damit noch irgendwas machen kann, was es, was diesen Angriff jetzt verhindert. Okay, sein Planeswalker ist kaputt. Man muss ihn immer entscheiden, will man sein Gesicht angreifen oder will man den Planeswalker angreifen. Okay, er hat ihn nochmal. Ist okay, ist in Ordnung. Ist die Frage, ob dasselbe sich wiederholt. Ne, jetzt macht er seine plus eins Fähigkeit. Ziehe eine Karte, enttappe zu Beginn des nächsten Endsegments bis zu zwei Ländern. Ey, nicht ganz ideal, weil wir nichts machen können leider und wir haben nicht genug Schaden, um ihn zu töten. Mit der, mit sich verbünden, kann man nur einer Kreatur Schaden zufügen. Schatze. Ja, ich glaube, das ist so ein Deck, so dieses, ja, Hauptsache der Gegner macht nix Deck, aber das ist ein Spontanzauber, das heißt, den könnten wir auch in dem Zug des Gegners spielen. Das ist eigentlich immer ganz praktisch, wenn man in seinem eigenen Zug nicht genau keine guten Ziele für den Zauber hat, kann man, falls er es eine Kreatur ausspielt, könnte ich sie kaputt machen. Aber das sieht mir nicht wie ein Deck aus, das viele Kreaturen hat, sondern der hat nur so lauter Bullshit-Karten, so ne, 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 Karten und dann jetzt kommen noch Artefakte wahrscheinlich dazu und noch mehr Planeswalker und so ein Kram. Das ist so generell so ein Deck von jemandem, der ist weiß, der kennt sich einfach aus, der hat diese ganzen Hybrid-Karten. Ah, doch, okay. Ah, da kann man ne, ähm, ne Karte kopieren. Ach, du Scheiße, jetzt hat er seinen Planeswalker kopiert. Warte. Das heißt, er kann jetzt pro Zug drei Karten ziehen insgesamt. Das ist wirklich fucking ätzend, muss ich ganz ehrlich sagen. Das, das sieht nicht gut aus. So, das ist ne Karte. Ja, man muss immer alles bestätigen und verrechnen immer, ja. Weil ich könnte ja rein theoretisch diese Karte spielen, obwohl er keine Kreaturen hat. Ich könnte auch rein theoretisch hier wuchern, obwohl es keinen Sinn ergibt. Trotzdem muss ich es immer wieder bestätigen, dass ich es nicht magle. So, ganz kurz. Hier, er hat jetzt diese Karte gespielt, womit man eine eigene Kreatur oder Planeswalker kopieren kann. So. Nein, das ist jetzt genau die falschestmögliche Karte, die ich brauche. Ich brauche irgendwas Dickes. So, jetzt schauen wir mal. Zumindest können wir jetzt 1, 2, 3. Wir können jetzt zumindest einen von seinen zwei Planeswalkern zerstören. Wenn, aber ich meine, er hat noch seine ganze Mana-Palette am Start. Also, ich gehe mal stark davon aus, dass jetzt noch irgendwas kommt. Ne, okay, ein Opfer da. Okay, wie viele Karten hat er denn schon im Friedhof? Fünf. Bei sieben kann er sie verwandeln und kann dann noch mehr. Das scheint ein Deck zu sein, er will einfach nur Karten ziehen. Immer, wenn du eine Nicht-Kreatur Zauberspruch wirkst, führe Wucherung durch. Nett. Aber ich glaube, den machen wir kann. Weil Wucherung, ihr denkt euch jetzt, hä, warum will der Wuchern? Der hat doch keine Kreaturen. Aber wie gesagt, Wucherung erhöht auch den Wert auf den Planeswalkern. Und dann ist er bald bei seinem Ultimate und behältst ein Emblem mit, immer wenn du eine Karte ziehst, schicke eine bleibende Karte deiner Wahl, die ein Gegnerkonto hat ins Exil. Super ätzend. Er kann in die... Okay, das hat er jetzt auch irgendwie verhindert wieder mit seinem Crap. So, jetzt hat er wahrscheinlich... Jetzt macht er seinen... Jetzt ist er kurz vor seinem Ultimate. Das sieht nicht gut aus, Freunde. Gut. Also, er hat eine Menge Karten, um zu neutralisieren. Ja, wir können nicht viel machen, leider. Wir müssen ihn jetzt bestenfalls irgendwie davon abhalten, sein Ultimate einzusetzen. Mal schauen. Ich meine, eine kann er blocken, und dann gehen noch drei Schaden durch. Dann ist er auf sechs. Naja. Schafft er zumindest nicht, sein Ultimate einzusetzen. Aber das sieht nicht gut aus, Freunde. Das sieht nicht gut aus. Weil, wenn der alle meine Karten neutralisiert, ich kann halt auch keine Karten mehr ziehen. Wer spielt blaue Decks? Wirklich. Was für eine Art Mensch muss man sein, um blaue Decks zu spielen? Nein, ich habe nichts gegen blaue Decks. Aber die haben wirklich viele von diesen Nerven. Es gibt auch eine Million von diesen Karten. Also es gibt Absorbieren, die haben die verrücktesten Namen, diese Karten. Die haben alle denselben Effekt. Mach irgendwas nicht, bring deinen Gegner zu, irgendwas nicht zu tun, was er gerne machen würde. Blitzeinschlag. Ich glaube, diese Art von Deck nennt man Control Deck. Der versucht einfach, das Spiel möglichst gut zu kontrollieren, also möglichst gut meinen Plan, was auch immer er ist. Ich will einfach eine gute Zeit haben, das ist mein Plan. Den versucht er einfach möglichst zu verhindern und dann einfach über Umwege oder darüber, dass ich vielleicht ein Disconnect habe, zu gewinnen. Das ist so ein bisschen seine Idee. Jetzt kommt man, Alter. So, jetzt zeigt er mir eine Karte. Danke. Noch ein super Planeswalker. Ah, okay, Freunde, jetzt geht's los. Jetzt haben wir, jetzt haben wir, jetzt redet sich's. Vivian Reed. Wir können eine Artefaktverzauberung oder eine Kreatur mit Flugfähigkeit zerstören. Gibt's momentan nicht. Aber wir können ne Karte ziehen. Wir können ne Karte ziehen. Ach, deine fucking Mutter, ey, das kann doch nicht dein... Warum zaubert der auch immer zwei Zauber direkt? Na gut, wir können einfach nix mehr machen, der neutralisiert jetzt alles, was wir machen. Der hat so viel Mana und so viele Karten. Ich glaube, wir sind leider an einem Punkt, wo sein Deck nicht mehr wirklich Ja gut, er hat nur noch zwei Karten. Vielleicht finde ich es irgendwie durch Umwege... Na gut, er hat diese weirde Karte, die super strange ist, wo es heißt hier, ähm, falls du eine Karte ziehen würdest, während deine Bibliothek keine Karten hält, gewinnst du stattdessen die Partie. Also normalerweise verliert man, wenn man keine Karten mehr hat. Mit dieser Karte will man keine Karten mehr haben. Aber er hat noch 37, also ist noch ein langer Weg. Aber der hat auch viele Mechaniken, dass er Karten ablegen kann. Ich hoffe, dass es nicht so ein Spieler ist, der sich jetzt noch einen Spaß draus macht, das Spiel möglichst lang zu ziehen. Ähm, weil er hat ja nichts, was wirklich direkten Schaden macht. Der gewinnt halt einfach durch Nerven. Ey, wir haben PDI am Start. Ey, wenn er den neutralisiert, gebe ich auf. Der kann nicht so viele Karten haben. Der kann nicht so viele Neutralisierungskarten zeigen. Das bleibt nichts mehr. Vor allem, solche Spiele dauern dann noch stundenlang einfach, weil er alles, was ich mache, neutralisiert und einfach darauf wartet, dass er irgendwann kein Deck mehr hat. Aber gut. Na ja, wenn man das Spiel verstanden hat, dann soll man ja auch was daraus machen können. Dann kriegen wir eigentlich unser nächstes Booster-Ding. Auf Stufe 10. Brauche ich noch Erfahrungsbote. Diese blauen Decks, ey, wirklich. Widerlich, schreibt der Chat, völlig zu Recht. Widerlich, ekelhaftes Deck, ja. Typisches Franzosendeck. Ja, mit Rot sogar noch drin. Aber das ist echtes Ding, ey. Magic ist so komplex und hat so viele weirde Synergien, dass wenn du das Spiel mal verstanden hast, kannst du einfach so ekelhaft starke Decks machen. Nicht die beste Hand der Welt, ehrlich gesagt, aber... Weil der ist eigentlich nur stark, wenn man auch noch Erkunder-Kreaturen dabei hat. Jetzt ist der Typ wieder dabei. Wenn er stirbt, fügt er einem Ziel in der Wahl einen Schadenspunkt zu. Das ist nicht so wild, weil der hat drei. Okay, wir spielen gegen Rot, Schwarz. Das heißt, wir haben diesen Typen hier. Den kann man entweder mit Rot oder mit Schwarz bezahlen. Ne. Ein Spieler in der Wahl opfert eine Kreatur. Gut, mache ich natürlich gerne. Wir geben nicht auf, ich spiele den aus. So, jetzt wäre natürlich so eine Erkunder-Karte super. Warte mal. Okay, das ist jetzt offensichtlich eine Falle, weil den kann ich ja ganz einfach mit dem blocken, ohne dass er stirbt. Dann hat er aber schon einen Schaden. Dann macht er noch einen Schadenspunkt. Fügt er einem Ziel oder will er den kaputt machen? Er hat nämlich noch drei Mana. Das sieht wie eine Falle aus. Ich block hier mal nicht. Weil er hat noch drei Mana in der Hinterhand. Der kann dann noch irgendwas machen wie nee, nee, nee. Der hat dann schon einen Schaden und ich gebe ihm nochmal zwei Schaden. Ich falle auf eure Fallen nicht rein, Freunde. Ah, er hätte wahrscheinlich einen Schaden auf meinen Elfen gemacht und dann mit dem Opfern hätte er die zweite Karte noch zerstören können. Gut, aber jetzt ist eh alles weg. Gut, also das ist anscheinend Rot hat viele Karten, die so füge Schaden zu. Schwarz hat viele Karten mit Zerstöre eine Kreatur. Also das ist anscheinend die, dein Gegner darf keinen Spaß haben, Deck. Ist aber okay. Ja, wir ziehen auch leider nichts, nur Crap. Jetzt nuckelt er uns mit diesem einen Typen da kaputt hier. Ausgeburtes Chaos. Sehr schön. Zu Beginn deines Versorgungsegments fügt er jedem Spieler einen Schadenspunkt zu. Falls du dann zehn oder weniger Lebenspunkte hast, lege eine 1-1-Marke auf die Ausgeburtes Chaos. Also der wird stärker, wenn er nur noch wenig Lebenspunkte hat. So, was braucht man in diesem Moment? Richtig, ein unberechenbares Ceratops. So, hier können wir Mana bezahlen, um ihm noch weitere Fähigkeiten zu geben, wie zum Beispiel Reichweite. Reichweite bedeutet, dass man auch eine fliegende Kreatur blocken kann. Und wir geben ihm auch noch, weil es so Spaß macht, Eile. Bleiben wir nicht an. Weil ich will nicht angreifen, weil er will ja wenig Lebenspunkte haben eigentlich, oder? Schwierig. Solche Karten sind weird, weil eigentlich will man ja nicht wenig Lebenspunkte haben. Warum kann ich nicht blocken? Hey, 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 stopp, stopp. Ich hab dem doch... Warte, 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 warte. Ich hab dem doch Reichweite gegeben. Hä, warum kann ich den nicht blocken? Bis zum Ende des Zuges? Ja. Ach, nur bis zum Ende meines Zuges. Ach. Echt? Ich dachte, ein Zug sind... So, jetzt gebe ich ihm Trampelschaden, sodass, wenn er blockt, dass er immer noch Schaden kriegt. Ja, aber sorry, dann bringt es ja überhaupt gar nichts, dem Reichweite zu geben, weil in meinem Zug werde ich ja nicht angegriffen. Was bringt denn das dann, dem Reichweite zu geben? Weil Reichweite ist ja eine reine defensive Fähigkeit. Hä, irgendwas check ich hier grad gar nicht. Ach, ich kann die Fähigkeit in seinem Zug aktivieren. Ihr seid zu schlau. Ihr seid zu schlau. Klar, stimmt, ja. Ja, okay. Mach ich im nächsten Zug. So. Leute, wir müssen mal geilen Zeug ziehen hier. Fuck it, ich buff den jetzt einfach hoch, ey. Ist mir jetzt auch egal. Ist zwar ultra unökonomisch, weil Wuchern eigentlich gut ist, wenn man viele hat, aber ist mir jetzt egal. Das ist jetzt unsere einzige Gewinnbedingung hier. Ich baller den jetzt einfach hoch, ist mir jetzt egal. Okay. Er hat aber noch viel Mana. Da kommt bestimmt jetzt noch irgend sowas. Töte einen angreifenden Dinosaurier. Weil diese Karte hab ich. Ja, geht nach Hause, ey. Da dachte ich mir schon. Ja, gut. Ja, das war recht hoch. Aber gut, was soll ich machen? Was soll ich machen? Gut, wir können erkunden. Da können wir zumindest... Ja, gut. Wir brauchen keinen Mana mehr. Komm. Jetzt brauch ich irgendeinen... Alles, was nicht super krass ist, lege ich jetzt auf den Friedhof. Das ist nicht super krass. Soll ich den mal zerstören? Nee, eigentlich nicht. Wir haben jetzt drei Angriff. Ah, schwer zu sagen. Dieses Spiel läuft zum Mittel, würde ich sagen. Passen, ja. Jetzt auch wieder so eine... Ja, ich block jetzt nicht, weil er hat die... Wenn er stirbt, dann fügt er einen Schadenspunkt zu und damit kann er sie insgesamt zerstören. Das will ich natürlich nicht. Einen kann ich ertragen. Ich mach das so wahnsinnig, dass er immer noch so viel Mana übrig hat, ey. Dann denk ich mir immer, da kommt jetzt irgendwas super krasses. Come on, Alter! Das kann doch nicht dein Ernst sein. So, wir müssen jetzt mal irgendwas kaputt machen. Nee, diese Karte nervt mich. Bin ich schon seit 20 Zügen nur auf der Hand. Ja, best... Aber okay, jetzt... Nee, er kann sie nicht aufmachen. So, er fügt einen Schadenspunkt zu. Mir. So, ich greif an. Ah, wir müssen nur irgendwas Gutes ziehen. Aber ich glaube, er zieht auch nicht so... Ah, okay, doch. Er zieht irgendwie sein... sein grässliche, geiselnde Diva. Alle Kreaturen, die kontrollierst, erhalten eins plus eins. Immer wenn ein Nicht-Spielstein... Nicht-Spielstein-Kreatur stirbt, fügt einem Ziel deiner Wahl ein Schadenspunkt zu. Oh, ist klar. Okay, gut. Klassisch. Kennt jeder Magic-Spieler? Man verliert, während man Kartentext spielt. Dann so... Du, ganz kurz. Ähm, du hast verloren. Ach ja, gut. Ich wollte gerade noch lesen, warum ich verloren habe. Aber alles klar. Cool. Ist okay. Aber wir sind mittlerweile auch schon in der Gold-Liga, ne? Also man muss ganz ehrlich sagen, das sind keine Anfänger, gegen die ich hier spiele. Gold-Liga ist, glaube ich, die zweitschlechteste Liga. Ähm, oder? Gibt es eine Bronze-Liga? Ich glaube, Magic fängt direkt bei Silber an, weil sie sich denken, komm, gib den Anfängern mal ein gutes Gefühl, gib denen mal Silber. Okay, wir haben nur zwei Mana, das reicht nicht. Nee, 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 komm. Dein Gegner macht den ersten Zug. So. Mulligan. Ah, aber wir können es nicht zu oft machen. Sechs bei all. Wir legen mal einen Schlamm weg, weil der ist so teuer. Irgendwie sortiert das Spiel automatisch die Karten, die länder, nach rechts. Ich finde das extrem unintuitiv. Der sortiert die Karten von rechts billig nach links teuer. Ich würde es genau andersrum machen. Wie ist es bei euch? Ich würde die billigen nach links und die teuren nach rechts machen, oder? Irgendwie finde ich das merkwürdig, aber das Spiel hat eine ganz andere Vorstellung. Ja, same. Ich sehe das genauso. Das ist ein Bug und er ist seit kurzem so. Wirklich? Gibt es doch bestimmte Einstellungen für. Ich bin voll bei dir. Okay, der Chat ist auf meiner Seite. Schwache Karten nach links, starke nach rechts. Gut, also er spielt Tore. Ist das wieder so ein Tordeck? Ja, es ist wahrscheinlich ein Tordeck. Falls ihr jetzt fragt, was zu hell ist ein Tordeck? Keine Ahnung. Aber es gibt irgendwie so Synergien mit, füge jemandem so viele Schadenspunkte zu, wie du Tore hast. Und anscheinend ist das, was man machen kann. Aber läuft nicht schlecht. Wir haben zwei starke Kreaturen und wir haben uns schon ein bisschen geheilt. Und dafür hat er drei Tore in sämtlichen Farben, die diese Spiele hergibt. Er hat schon vier von fünf Magic-Farben, die es überhaupt gibt auf dem Deckel. Der hat wahrscheinlich diese Artefakt-Kreatur. Wo man dann sagt, ah, okay, spiele die obersten drei Karten eines Decks einfach aus. Ja, jetzt hat er alle Farben, ne? Rot, weiß, grün, schwarz, blau. Er hat alle Farben. Er hat alle Farben, die es gibt und er hat den Typen schon wieder. Jetzt müssen wir mal schauen. Wir haben drei Mana. Jetzt haben wir vier. Wir könnten entweder beide spielen oder den und den. Ne, ich würde sagen, ich spiele beide. Und im nächsten Zug... Nächsten Zug erkunde ich und dann kriege ich richtig viel Zürich. Ja, ich hätte auch den Elfen spielen können, um im nächsten Zug Schlamm zu spielen. Naja, egal. Egal. Ah. Fall du hast Fluchsicherheit. Das bedeutet, man kann keine Zauber auf etwas wirken. Und was heißt du? Er hier. Er selber hat Fluchsicherheit. Das heißt, ich kann keine Zauber auf ihn wirken. Ist mir relativ egal, weil ich keinen einzigen Zauber mehr im Deck habe, den man direkt auf einen Spieler wirkt. So. Den lege ich jetzt mal weg. Wir haben schon zwei davon. Wir brauchen jetzt starke, heiße Karten. Da ist die Frage, will ich im nächsten Zug Schlamm spielen? Ja. Ja. Oder wir haben... Ne, ich spiele lieber den. Lieber sicher. Lieber einen sicheren Schlamm Werder Schlamm, denn sorry. Altes Magic-Sprichwort. Also die Karte ist komplett nutzlos. Vollkommen nutzlos. Ich bin echt gespannt, wo der hin will mit seinen ganzen... Bringe eine Kreatur, die du kontrollierst, auf die Hand und zerstöre dann alle Kreaturen. Geil. Jetzt können wir uns auch keinen Schlamm leisten. Komm bitte, zieh ein Land. Zieh ein Land. Bitte zieh ein Land. Zieh ein Land. Yes. Immerhin. Okay, dann im nächsten Zug Schlamm. Ah, und wenn wir Schlamm haben, dann lohnt es sich auch Wuchern. Boah, jetzt sind solche Karten einfach. Oh nein, Torbogen. Hältst du für jedes Tor, das du kontrollierst, zwei Lebenspunkte. geht auch noch. Okay. Oh, und jetzt kommt Schlamm. So, wir haben jetzt leider keinen... Im nächsten Zug machen wir Mut in der Not, dann buffen wir alles hoch und dann können wir auch den beißen und dann passt es schon. Aber ich glaube, jetzt läuft sein Deck halt so an. Jetzt hat er seine ganzen Torquatsch und so. Guck mal, die sind so groß, die werden nicht mal richtig angezeigt für ein Spiel. Der hat nur Tore. Alter, nicht mal ein Schlamm. Come on. Okay, pass auf, jetzt müssen wir denken. Also, Vivian Reed kann fliegende Kreaturen abschießen. Ist natürlich ideal, wenn mein Gegner eine fliegende Kreatur hat. Ich glaube, da müssen wir nicht so viel denken. Das ergibt sich relativ von selbst. Ach komm, nein! Nicht diese Neutralisierungsscheiße immer, ey. Das ist doch nicht dein Ernst. Oh man, warum spiele ich nur gegen so ätzende Decks? 16 Lebenspunkte kriegt er dazu? Ah, okay, Freunde. So, jetzt, wir haben Biss. So, jetzt machen wir das. Wir geben dem Token und wuchern beide hoch. So, jetzt haben wir vier Schaden. Damit können wir schon mal einen wegbeißen. Das ist ideal. So, wir können eh nicht blocken, weil der fliegt. Das heißt, wir können auch angreifen und ihm achten. Okay, wir sind an dem Punkt, wo uns der Gegner schon beleidigt oder der Gegner schon zynische Kommentare abgibt. Kostet für jedes Tor, das... Du kontrollierst ein weniger. Der Koloss kann von Kreaturen mit Stärke 2 oder ein weniger nicht geblockt werden. Immer wenn ein Tor unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, kannst du den Koloss aus deinem Friedhof oben auf deine Bibliothek legen. Also, ein gutes altes Tordeck, glaube ich. Ah, und da ist er. Guck mal, das ist der Typ. Fuck, der muss weg. Nein. Oh, das ist der. Scheiße. Das ist genau der, den ich im Booster gezogen hab. Aber ich kann den nicht beißen, weil er hat nur 5. Ja, das war's, Freunde. Ich glaube, das war's. Der Effekt ist zu stark. Gutes Spiel, sagt er. Also. Jetzt können wir den Effekt mal in Aktion sehen. Er zieht 3 Karten und kann sie spielen, ohne Mana zu zahlen. Nicht so wahnsinnig sinnvoll, wenn es Landkarten sind. Bestimme Blocker. Keine Block. Mein Gott, gib mir doch Vivien, damit kann ich Artefakte zerstören. das ist doch nicht dein Ernst. Naja, wir können jetzt schon mal einblocken, ohne dass beide sterben. Ja. Komm, ich brauch Vivien. Hier, wo ist Vivien? Jesus. Jesus. Ich bin erst in Gold und muss mich schon mit solchen Decks rumschlagen. Wie wird das dann, wenn ich hier irgendwie in Bismuth oder Kobalt oder was auch immer bin? Warte mal, ihr meintet, man könnte es vielleicht einstellen, wie rum man die Karten haben möchte. Ich glaube nicht, dass es geht. Komm, wir gewinnen noch eins, ey. Keine Sache, wirst du eh nicht kommen. Okay, vielen Dank. Ich komme eh nicht in Kobalt. Tor-Decks taufen in Diamant selten auf, sehr schön. Ich muss es nur bis Diamant schaffen, dann habe ich die ganzen fucking Tor-Decks hinter mir. Ist okay, ist okay. Ist okay, Starter. Drei Mana ist okay, wir können gleich einen ausspielen. Können dann die bald ausspielen in Zug zwei. Können wir alles ein bisschen hochwaffen. Falls er irgendwas Dickes hat, können wir kaputt machen. Passt schon. Nach den Tor-Decks wird es nur schlimmer. Was kommt nach Tor-Decks? Was ist noch schlimmer als Tor-Decks? Ich habe nichts gegen Tor-Decks eigentlich. Es ist einfach nur so weird, weil sich jemand entscheidet, hm, die Grundmechanik des Spiels Magic. Ich spiele Länder aus. Warte mal, warte mal. Lass uns da mal was anderen. Kann ich nicht irgendwie stattdessen Tore ausspielen oder Marktplätze oder Spielplätze oder irgendwie so McDrives oder sowas in der Richtung? It's just Cerbere. Weiß, der spielt weiß. Das wird ein weißes Engel-Deck. 100%ig. Weißes Engel-Deck. Ja, ja, farbenblind vielleicht. Kann passieren. Wir haben wieder Rot-Blau. Oh Gott, ey, aber eigentlich ist mittlerweile jedes Deck nervig. Ich denke mir manchmal, gegen welche Decks will ich eigentlich spielen. So, langer Text, lohnt sich durchzulesen. Immer wenn diese Karte angreift, kannst du einen Spontanzauber- oder Hexerei-Karte deiner Wahl, deren umgewandelte Mana-Kosten kleiner oder gleich der Stärke des Arkhamisten der Schreckenshorde sind, aus deinem Friedhof wirken, ohne ihre Mana-Kosten zu bezahlen. Falls die Karte in diesem Zug auf deinen Friedhof gelegt wurde, schicke sie sich durchzulesen, ist das Exil. Also, momentan kann er jede Karte, die ein Mana kostet, aus dem Friedhof zaubern, ohne Mana zu zahlen. Die Idee ist wahrscheinlich, dass er den irgendwie hochwaffen will, dass er mehr Lebenspunkte hat, um dann ganz starke Zauber aus seinem Friedhof spielen zu können. Momentan hat er aber noch nichts. Das wird sich ja wahrscheinlich gleich ändern, wenn er gleich den hier wegzappt mit einem Schock. Zwei Schaden. Ah, er kann sie nur zaubern, falls sie in diesem Zug auf deinen Friedhof gehen. Okay, was? Also ein Zauberer, ist das ein Zauberer? Ah ja. So, Sekunde, was machen wir? Ähm. Ey, wir dürfen jetzt keine zwei Länder ziehen, sonst muss ich was abwerfen. Nee, wir brauchen Zeug. So, wir können den zumindest im nächsten Zug totbeißen. Wenn er ihn nicht noch hochbufft, was er wahrscheinlich machen wird. Ja, der hat jetzt wieder so Schock, Knall, äh, Gewitterstock oder irgendwie sowas, um mein Zeug kaputt zu machen. Was ist das denn hier? Fliegend und Eile. Immer wenn du einen Spontanzauber oder eine Hexerei wirkst, halt einen Zauberer, die du kontrollierst, 1-1. Ah, jetzt, jetzt, komm, jetzt check ich sein Deck. Damit bufft er den hoch und zaubert dann umsonst. Weil die Karte ist selber kein Zauberer. Doch, ist sie auch. Soll ich den beißen oder den? Ich beiß lieber den, oder? Äh, ich... Fuck. Ja, ich glaube schon, der ist nervig. Vor allem momentan habe ich nichts gegen Flieger. Ah, ich weiß nicht, war es ein Fehler vielleicht? Vielleicht hätte ich lieber den zerstören sollen. Ah, Planeswalker Kasimina. Erzeuge einen 2-2 blauen Kreaturspielstein. Ziehe eine Karte und wirf deine Karte ab. Zaubersprüche, die dein Gegner wirkt oder die eine Kreatur oder ein Planeswalker, die bzw. den du kontrollierst, sie haben, kosten 2 Mana mehr. Also, es kostet 2 Mana mehr, ihn zu verzaubern. Also, pass auf, was machen wir jetzt? Wir haben Vivian Reed. Er hat nichts, womit ich den direkt zerstören kann. Die kostet 5 Mana und dann haben wir nichts mehr. Er hat momentan 1, 2, 3, 4. Ich kann ihn also nicht direkt zerstören. Okay. Ah! Warte mal, jetzt kann ich das Spielfeld betrachten. Er hat keine Flieger momentan, ne? vielleicht hat er doch noch Flieger im Deck. So, soll ich jetzt angreifen? Er müsste mit den beiden zusammen blocken, um zu schützen. Ich glaube, das lohnt sich. Ne, Quatsch! Der kann ja mit dem blocken. Keine Angriffe. Ah, den habe ich übersehen. Okay. Ich weiß nicht, ob der eine gute Idee war. Der ist halt einfach nur gut, wenn man, wenn der Gegner Flieger hat. Ziehe 2 Karten für 5 Mana. Okay. Oh, geil! Unberechenbarer Dino mit fucking Schutz gegen Blau. So, Freunde, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. 4 Mana. Wir haben 4 und dann haben wir noch 2. Okay, wir ziehen erst mal eine Karte. Ne, wir haben nichts. Er hat keine Flieger, ne? Zehn erst mal eine Karte. Langsam, langsam, langsam. Stopp, 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 stopp. So. Wir brauchen die Erdbeck da. Ähm. Und jetzt, Freunde, Achtung, aufgepasst. Unberechenbar. Schutz gegen Blau. Gut, er hat rote Kreaturen. Und jetzt ist die Frage, ich würde ihm direkt Eile geben. Oh nein, fuck, Mann, ich klicke immer diesen Shit drauf, ey. Von mir aus, verursacht Trampelschaden. War jetzt eher so. Weiter zum Kampf, weiter zum Angreifen. Der greift jetzt ... Warte mal, das heißt, die anderen beiden könnten von den Blauen geblockt werden. Ich glaube, ich mach's so. Weil der kann jetzt nur mit den Roten blocken, weil der hat Schutz vor Blau. Ah, er lässt den einfach durch. Alter, Schutz vor Blau! Ja gut, aber er hat wahrscheinlich noch so rote Zauber wie Fügel 4 Schaden zu oder so ein Crap. Ja gut, er zieht zwei Karten, hat keinen Mana mehr zum Angreifen. Das ist nicht schlecht für uns. So. So, pass auf. Idee, Idee, wir machen wieder dasselbe wie vorher. Ähm, mein Zug. Mein Zug. So. Idee, wir machen wieder dasselbe wie vorher. Wir wuchern uns Vivian hoch und machen dann das Ultimate. Ich glaube, das ist einfach ein so unschlagbar guter Zug. Das muss man machen. So. Und wir holen hier Ultimate. Alle Kreaturen kriegen plus zwei, plus zwei und sind unzerstörbar. Yes! Das ist so ein guter Zug. Das ist so ein guter Zug. Sehr schön. Und das in der Goldliga. Ihr habt in mir gezweifelt. Ihr habt in mir gezweifelt. Komm, wir ballern direkt weiter. Ey, heute, heute, was kommt nach Gold? Was kommt nach Gold? Diamant oder was? Diamant oder was? Was kommt nach Gold? Platin! Natürlich kommt immer Platin. Das ist genau, ich glaube, da hat man sich einfach irgendwann mal geeinigt auf so eine Edelmetall-Reihenfolge. Das ist nämlich, glaube ich, bei... Ah, shit, ey. Ich glaube, das ist genau die gleiche Reihenfolge wie auch bei StarCraft. Da ist es auch Platin-Diamant. So, oh, guck mal, der hat... Oh, der hat Karten, äh, Hintergründe. Oh, guck dir den an. Oh, guck dir diese Karten. Das ist ein krasser Typ. Da merkt man einfach schon direkt... Oh, wir spielen gegen Grün. Interessant. Oh, 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 ich glaube, der ist besser als wir. Der hat diese krassen Karten... Karten... Wie sagt man? Kartenrücken. Kartenhintergrund? Nee, Kartenrücken. Oh, crap. So, hat der Flieger oder nicht? Ich glaube, Grün hat nicht so viele Flieger. Von daher spiele ich den mal normal aus. Okay, das ist so ein klassisches grünes Deck. Die haben viele solche Karten, womit man mehr Mana bekommt, um dann irgendwann einen großen Dinosaurier auszuspielen oder sowas. Aber dafür sind wir gewappnet. Wir haben sich verbünden. Da können wir den Schaden, den Angriff von zwei Kreaturen verbünden und damit Schaden machen. Damit kriegen wir momentan jetzt noch keinen großen Dino kaputt, aber es geht. 2-2 Wachsamkeit. Heißt, er wird nicht getappt, wenn er angreift. Das heißt, er kann angreifen und dann auch noch verteidigen. Und der weirded Dude... Okay, pass auf. Immer wenn eine oder mehrere Plus-Eins-Marken auf die Wache gelegt werden, kannst du deine Bibliothek nach einer Karte namens Wache durchsuchen, sie auf den Vorzeigen, deine Hand nehmen und dann deine Bibliothek mischen. So, wir haben ein Biss. Was wollen wir beißen? Wir haben einen einzigen Biss. Was wollen wir beißen? Adaptieren 2. Die kosten alle nur 2 Mana. Ja. Meine Idee ist, mit einer starken Kreatur anzugreifen, ihn vielleicht dazu zu bringen, ein paar von denen zu opfern. Und dann kommen wir hier mit Vivian Reed ganz gut durch. Ja, das war genau mein Plan. Mit zwei Kreaturen von ihm opfern. Weil ich glaube, ich habe die stärkeren Karten. Weil der hat nur so kleine Dödel-Leute. Ich habe halt einfach keinen Mana, ne? Fällt mir gerade auf. Shit. Ich dachte mir, ich habe ja Vivian, damit will ich das Spiel, aber ich habe keinen anderen. Ah, da kochen ja der Mana. Andere Elfen erhalten plus eins, plus eins. Wenn wir die beißen, ist natürlich ein bisschen ekelhaft, aber die... Die ist insgesamt für so viel Schaden verantwortlich. Ah, weiß ich nicht. Aber solche... Der hat halt ein Elfen-Deck, ne? Ja, würde ich sogar blocken. Mein Ziel ist es, lange zu überleben. Der will schnell gewinnen, der hat viel klein Zeug. Okay, aber lass auf. So, jetzt seht ihr mal meinen anderen Planeswalker, nämlich Nissa. Nissa ist ultra krass. Ja, ich glaube, das erklärt Nissa ganz gut. Ja, das ist der Effekt von Nissa. Ja. Die kann in jedem Zug einen Wald zu einer Kreatur machen. Äh, mit Wachsamkeit. Und solange sie im Spiel ist, kriegt man aus jedem Wald zwei grüne Mana-Punkte. Das heißt, man hat automatisch doppelt so viel Mana, was super stark ist. Und als Ultimate hat sie... Alle Wälder werden unverwundbar und man kann alle Wälder, die man im Deck hat, direkt ins Spiel bringen. Was natürlich super stark ist. Okay. Ja, passt, passt. Wir haben eine Menge Erkunderzeug. KDE, wir spielen... Oh, jetzt sind wir hier sogar schon in die asiatischen Gefilde reingerutscht. Leute, ich sag's euch, ich steig auf. Okay, wir haben schwarz-weiß. Wenn die ins Spiel kommt, erhältst du einen Lebenspunkt. Dafür ist sie getappt. Alles klar. In Ordnung ist uns recht. Wir können einmal erkunden. Ja. Gerne. Okay, wir haben ein schwarz-weißes Deck. Schwarz-weiß, was heißt das? Das sind oft so Vampir-Zeug. Oh, nein. Okay. Sorry, ich bin kein Experte in Magic, aber sowas... Diese Karte ist einfach zu stark. Ein Mana. Der ein Schaden ist ja egal, weil die hat Todesberührung. Die hat ja einfach 100 Schaden. 101 ist das eigentlich. Der ein Mana. Deswegen nennt es gerne Overkill, aber deswegen mach ich die kaputt, weil ich hab da keinen Bock drauf. Klar, ist ein Zwei-Mana-Zauber gegen eine Ein-Mana-Karte, aber... Nee. Nee! Lässt man einfach durch. Ja, aber die kann der ja blocken. Der kann ja meinen gesamten Kreaturen... meinen gesamten Kreaturen-Park ausschalten. Durch ein Mana. Das nervt mich ja daran. So. Jetzt wieder unsere geniale Kombination. Wandelnder Wildwuchs plus Erkunderkarten. Und jetzt ergibt das schon mal alles Sinn, weil jetzt können wir ungestört angreifen, weil niemand blocken kann. Was ist das? Vor allem, es gibt auch schwarze 1-1 für einen Mana-Kreaturen, die haben nur Todesprobleme. Keine Lebensvermögen. Da frage ich mich schon, wie... wie geht das? zu... P.de. Wir spielen ein bisschen langfristiger. Jede Kreatur, die ins Spiel kommt, darf erkunden. Sehr nett. Sehr nett. Erstens, wir ziehen Karten und buffen unsere Kreaturen gleichzeitig hoch. Okay. Den habe ich noch nie gesehen. Lebensverknüpfung bedeutet, so viel Schaden, wie er macht, so viele Lebenspunkte kriegt man. Solange es dein Zug ist, haben Kreaturen und Planeswalker, die du kontrollierst, Lebensverknüpfung. Okay. Fügt einem Spieler oder einem Planeswalker einen Schaden zu. Gut. Das ist verdreht. Weiß das nicht? Du musst einfach weg. Anders geht's nicht. Tut mir leid. Und jetzt erkunden wir... GG. GG. Kein Problem. Ey, Goldstufe 4. Vielleicht schaffen wir heute noch Goldstufe 3. Vielleicht schaffen wir heute noch Goldstufe 3. Come on, ey. Dieses Deck funktioniert einfach. Dieses Deck greift einfach gut in sich. Ja, aber sorry. Ich kann wirklich ein Mana für 1-1 Lebensverknüpfung Todesberührung. Und die hat ja noch dann irgendwie so Zombie-Vampir oder irgendwie so ein Quatsch noch dazu. Also... Kann mir nicht vorstellen, dass das fair ist. Zwar nur 2 Mana, dafür dann den dabei und hier schon eine gute Kombination früh im Spiel. Ich würde es sogar behalten. Vielleicht... Vielleicht werden bestraft für unsere Gier, wenn wir jetzt kein Mana mehr ziehen. Mal schauen. Und wir spielen gegen Boxsurfer. Ist ein klassisches rotes Deck. Ganz klassisch rot. Das sehe ich doch sofort. Das ist ein rotes Deck, Freunde. Ja, gut. Komm, das ist wieder ein Franzosen-Deck. Auch hier, ein Mana 1-1 fliegend Lebensverknüpfung. Ich habe das Gefühl, es gibt so viele starke 1-1-Keratoren in diesem Spiel. Ich würde hier sogar angreifen, weil, obwohl er ihn totblocken kann, ist aber okay. Weil ich glaube, da kommt jetzt gleich diese Karte, die ich so liebe. Immer wenn du Lebenspunkte hinzu erhältst, kriegst du plus 1, plus 1. Die Vorhut von Armani. Und die ist die schlimmste Karte der Welt. Und die kommt bestimmt jetzt gleich. Achtung. I called it. Vorhut. Nope. Weil der kann ja ungestraft angreifen. Weil ich habe nichts, was Flieger kontert. Ah, okay. Wir haben ein weißes Flieger-Deck. Jesus. Kosten alle 1 Mana, ey. Was ist das für ein lächerliches Deck? Ich meine, wir könnten ihn zerstören. Ich glaube, es ist momentan aber besser, zu erkunden und uns einfach zu heilen. Und einfach gegen zu heilen gegen diesen Angriff. Ja, ist ganz nett. Ich meine, 1 Mana-Kreaturen kann man natürlich schnell ausspielen, aber dafür hat man irgendwann dann keine Karten mehr auf der Hand. und das ist das Problem. Und er hat nur Flieger. Einen können wir vernichten mit dem. Der ist ein bisschen kompliziert, könnte ich gerne durchlesen. Und ich habe ja noch Vivian, die kann für 3 ihrer Punkte kann sie auch einen abschießen. Also ich glaube, wir sind ganz gut dabei. Wir müssen jetzt nur Mana ziehen. Wir müssen nur Mana ziehen. Aber wir haben zum Glück noch einen Kundschafter auf der Hand. Und wir haben auch eine Ruine auf der Hand. Der kann auch Reichweite kriegen, damit kann er Flieger blocken. Und er hat Schutz vor Blau, aber wir haben auch keine Blankeaturen, aber blaue Zaubersprünge sind ja auch. So. Jetzt bräuchten wir gerne ein bisschen Mana. Ich glaube, ich spiele lieber sie und hoffe, dass ich einen Mana ziehe. Und solange wir uns heilen, passt es auch. Ah, neutralisieren. Neutralisieren. Er hat ein blaues Mana. Ah, clever. Soll ich ihn jetzt noch mal spielen? Weil ich habe ja jetzt erstmal keine Karten, die erkunden können. Vielleicht wäre es klüger, einmal... Vielleicht wäre es klüger, einmal hochzubuffen. Weiß ich nicht. Können wir gerne im Forum diskutieren, ob dieser Zug eine gute Idee war oder nicht. Aber er macht momentan vier Schaden und ich glaube, solange ich auch so viel Schaden mache, passt es eigentlich. So, jetzt müssen wir bitte nur... Jetzt im nächsten Zug haben wir fünf Mana und dann haben wir Vivian und dann ist das alles kein Problem mehr. Obwohl, wenn wir Vivian ausspielen, dann hat sie fünf. Dann machen wir ihre Minus-3-Fähigkeit, dann hat sie zwei. Wenn wir den töten, dann hat er noch zwei Mana und kann uns zerstören. Jetzt kann er uns noch mehr zerstören. Ach, dein, nicht dein Ernst. Alle fliegenden Kreaturen erhalten plus eine Falle. Okay. Ich glaube, Vivian ist momentan nicht die beste Wahl, sondern unser Harponier. Der kann nämlich direkt eine fliegende Kreatur angreifen. Und das machen wir hier. Ja, muss man auch nochmal bestätigen, weil bei Magic ist es ein sehr bürokratisches Spiel. So, jetzt verlieren die zumindest ihren Scheiß-Effekt. So, jetzt haben wir unseren Unbereichenbaren. Haben aber kein Mana mehr, seinen Effekt zu aktivieren. Ist aber okay. Ist aber okay. Ist aber okay. Wir machen mehr Schaden momentan als er. Das ist schon okay. Vivian lebt immer noch gefährlich, aber ich glaube, ich glaube, wir haben, ich meine, nächsten Zug ist er, glaube ich, hinüber. Hat der überhaupt schon eine blaue Karte gespielt? Ja, das ist eine blaue Karte, ne? Andere. Es ist ein reines Flieger-Deck und wenn ich eines nicht haben kann in diesem Spiel, dann sind es Flieger. Ich habe letztens wirklich darüber nachgedacht, was meine Definition von Lame ist, weil ich habe gestern lange, ich habe gestern mal versucht, ein neues Deck zu bauen und alle Decks, die ich gefunden habe, waren Lame und ich mag keine Flieger im Deck. Und ich glaube, ich mache da mal irgendwie so ein Video-Essay, was für mich Lame bedeutet. Weil ich glaube, jeder hat eine eigene Definition davon, was eine lame Taktik ist. Und Lame ist für mich eine Taktik, die nicht, die irgendwie versucht, den Gegner irgendwie zu umgehen. Nicht direkt zu kämpfen, zum Beispiel unsichtbare Einheiten. Nee, die kann ich nicht sehen, da muss irgendwie... Oder fliegende Einheiten, das ist das perfekte Beispiel. Fliegende Einheiten fliegen über die anderen drüber und greifen direkt an. Das heißt, wenn der Gegner sich nicht aktiv darauf vorbereitet, hat er keine Chance. Ich würde sagen, mein Deck ist nach meiner Definition nicht Lame, weil es hat nur Elemente, die man auch normal konfrontieren kann. Okay, es sind starke Kreaturen, es sind starke Sachen. Also sind Win-Strategien lame, schreibt direkt im Chat. Nee, das meine ich nicht. Für mich, und das ist ja nur meine persönliche subjektive Definition, sind lame Dinge Dinge, die versuchen, gewisse Elemente zu umgehen. Also das ist wie derjenige, der sich irgendwie auf hochklettert und von oben Schneebälle wirft, der also nicht getroffen werden kann von den anderen. Und das ist lame, aber das habe ich noch nicht ganz ausgehalten. Wieso? Wir kriegen ein bisschen Belohnung. Wir kriegen eine neue Karte und ein Booster-Pack. Ah, Todesberührung. Auch lame. Weil Todesberührung umgeht die klassische Mechanik des starke Kreaturen, schwache Kreaturen und umgeht das einfach. Ja gut, der Chat, ja, Strategie ist gleich lame. Nein, das meine ich nicht. Das ist ja nur eine eigene Definition. Aber ich sehe schon, ihr habt da keinen Zugang oder beziehungsweise ihr, für euch, es gibt ja Leute, für die gibt es einfach keine lame Strategien und dazu gehöre ich einfach nicht. Für mich gibt es einfach Strategien, die unabhängig davon, ob sie stark oder schwach sind, darum geht es ja nicht, einfach lame sind. Aber gut. Okay, jetzt habe ich zumindest auch mal eine gezogen. Düster Mond Vampiren, 1-1, Todesberührung und Lebensverknüpfung. Schon stark. Übernimm bis zum Ende des Zuges die Kontrolle über eine Kreatur deiner Wahl. Enttappe die Kreatur, sie erhält Eile. Okay, das ist auch nicht schlecht. Standhafter Wächter, Wachsamkeit. Neutralisier eine Kreaturenkarte deiner Wahl, zähl eine Karte, genau. So, wir haben noch eine. Die letzte Karte. Die wir heute ziehen. Was wird sein? Wir brauchen noch diesen Ceratops. Was ich brauche, ist dieser grüne Ceratops. Den bräuchten wir. Bitte einmal. Jetzt einmal bitte diesen Ceratops. Ah, okay. Wir haben eine Wildcard. Damit kann man eine seltene Karte craften, die man noch nicht hat. Okay. Freunde, das war Magic für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir haben jetzt zwar nur ein Deck gespielt, aber ich glaube, es ist ganz interessant, weil man es dann so ein bisschen kennenlernt für alle, die es noch nicht so gut kennen. Wir werden jetzt auf jeden Fall, ich weiß nicht regelmäßig, aber vielleicht nächste Woche noch mal spielen. Und ich werde auch mal versuchen, ein paar neue Decks aufzubauen. Ich werde versuchen, ein bisschen noch ein paar neue Karten zu bekommen, damit ich auch so ein bisschen mehr Auswahl habe. Und ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß. Ich glaube, jetzt kommt Denzel auf jeden Fall noch. Dann kommt noch ein Let's Play von Eddie. Und heute Abend natürlich noch das große Simulationsabschieds-Special mit Marco Giesel. wird Chiara und mir. Das wird großartig. Haut rein. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß dabei in den Kommentaren. Gerne Tipps, was ich sonst noch an guten Decks spielen kann, welche Karten gut sind oder was ich generell besser machen kann. Ich bin noch ganz am Anfang bei Magic und es gibt viel, viel, viel zu lernen, aber ich hab Bock drauf. Haut rein, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Ciao. Ciao.